Hallo, 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 hallo Lurky, hallo Candy Mountain, hallo Ulukan, hallo Angel, hallo I'm Shadow, hallo Hikaru, hallo Shrik. Es ist soweit, Party People. Der sechste Teil geht los. Und ich freu' mir. Ich frag' nur, ob wir auch schwere Sachen entdecken. Ob wir seltsame Sachen entdecken, komplizierte Sachen entdecken oder ob wir einfach nur dieses Spiel durchspielen. Auf Gen 6 freu' ich mich schon vor allem auf die Vivios. Ja, die Vivios sind so das Einzige, wo wir ein bisschen taktisch sein müssen oder Sachen anwenden müssen. Hallo JJ, du hast mir immer noch nicht für Meta großgeschrieben. Hallo Mariko. Hallo Happens. Nimmst du Balguras mit ins Team? Ich dachte eigentlich, dass ich das Spiel komplett durchspiele, nur mit dem Starter wieder. Das ging am schnellsten. Vergiss die Guard nicht. Na ja, ich muss... Ich hab's wieder vergessen. Muss ich 1 oder 2 die Guard hier fangen? Ich glaub' zwei. Hallo, was willst du machen? Ja, soll ich mit dem kompletten Team durchspielen? Wobei... Ach ja. Es gibt ja einen EP-Teiler jetzt. Das heißt, ich kann mit dem kompletten Team spielen. Das macht's nicht langsamer oder schneller. Weil alle gelevelt werden. Ja, dann bauen wir uns ein schönes Team. Aber Balguras ist ein Fossil, oder? Das, äh... Krieg ich ja sauer am Ende wahrscheinlich. Aber du musst ein Dino mitnehmen. Wenn, dann will ich das andere. Amagarga. Amagarga ist so viel. Wobei... Beide sind saukool. Amagarga ist das Schöne, oder? Scar-Light. Dankeschön. Für deinen allerersten Sub hier. Dankeschön. Endlich fang ich mit Gen 6 an. Was heißt endlich? Wir sind gerade erst mit Gen 5 fertig geworden. Jetzt lass uns nicht so lange raten. Starte endlich. Was heißt raten? Du hast Schöne Giratine aus BDSP. Geil. Geil. Ich würde ja gerne sagen, dass ich dir Glück gebracht habe. Aber ich war nicht online. Dann kannst du wenigstens später ein Video vom Team berichten. Ja. 3 Minuten mehr. Sandwich-Katze will noch das hier kurz. Wir können nicht loslegen. Agoras hat mehr Power. Mal schauen. Hallo Marco. Knopf geht nicht. Knopf geht nicht. Grammokles. Mehr Knopf geht nicht. Dann sag mal, who's that Pokemon? Und hier, Mariko, du bist dein Tangolos. Du kannst es Lady Garga nennen. Niemals. Grammokles. Ja, Durengard halt. Ja, Durengard. Amagarga. Was ist Amagarga? Drache Eis? Amagarga. Durengard. Kwa-Jutsu. Pikachu, I guess. Eisstein. Ah, stimmt. Die sind immer Stein. Ja, ich muss nur ein Sigard in X und ein Sigard in Y fangen. Das ist ja nicht so schwer, oder? Ich sage auch, das ist Lunala. Der ist dieser Donner-Sichel. Whoops. Dave hatte recht. Fällt euch auf, etwas an der Grafik. JJ, du bist ein Micro. JJ, schreib mir jetzt. Wegen Metagross. Lurky, du bist ein, äh, Chimsticks. Soll ich euch zeigen, wie das aussieht, was original wäre? Es wird ab und zu ein bisschen ruckeln, weil die Shader geladen werden müssen. Es geht nicht anders. Aber im Großen und Ganzen wird es, glaube ich, trotzdem geiler sein. Das hier wäre Original-Grafik. Man sieht nicht mal sein Gesicht. Krass, oder? Also, was heißt Grafik? Das ist die Original-Auflösung von 600 Pixeln. 600 sind's? 400 mal 240. 400? 240p? Ne, 400p. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 400 mal 240 Pixel hat der 3DS. Und jetzt machen wir es so. Krass, ne? Wie du vielleicht weißt, Pokémon Mechicle. Guck mal da. Ah ja, jetzt können wir sehen. Max-Hacks ist aber Gen 5. Das ist alles gar nicht Gen 6. Was soll denn der Kack? Die wollen hier überhaupt nicht spoilern, oder was? Emulierst du's? Ja. Ich emulier's, damit die Grafik ein bisschen besser ist. Aber dafür werden wir ab und zu Ruckler haben. Ich hab das Intro in, also ich hab 10 Minuten gespielt vom Anfang, damit schon mal das meiste geschadet ist. Aber jedes Mal, wenn quasi der Emulator was Neues sieht, also einen neuen Effekt, wie zum Beispiel wenn jetzt ein Feuersturm kommt oder sowas. Ich schätze mal, dann sind da neue Shader. Dann wird das Spiel kurz ruckeln, aber dafür nie wieder, wenn danach irgendwas mit Feuer kommt. Also die Effekte müssen halt einmal abgespeichert werden. Im Switch-Emulator würde man einen Knopf drücken können, womit einfach alles geschadet wird von vornherein. Dann muss man zwar irgendwie ne Stunde warten oder sowas, bis alles kalkuliert ist, aber dafür dann nie wieder. Aber Citra kann das nicht. Shrek! Ein Shiny! Ein Shiny, äh, äh, ähm, 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 ähm. Wer hättest du nochmal? Hydragil? Leo, was ein toller Name! Vielleicht nehmen wir auch Vivillon ins Team. Ist Vivillon gut? Ich meine, das Ding entwickelt sich, glaube ich, auf 16. Weil das Spiel sieht sogar eigentlich echt ganz schön aus, wenn es nicht aus 400 Pixeln besteht, sondern aus, naja, Full HD. Endlich mal ein Shiny. Na, Thierry ist gut, stimmt. Stimmt, wir könnten eigentlich direkt ein, äh, Fiaro machen. Ja, 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 ja. Naja. Wer nennen wir hier noch? Olo Poto! Krass! Jiraji. Hallo? Hallo? Olo Poto, du bist ein Jiraji. Fiaro ist super in Gen 6. Ich glaube, Fiaro ist immer super, oder? Einer der besseren Käfer, Vivillon. Schlafen wie ein Stein. Amagarga ist Eisstein. 100% Catchrate auf der ersten Route. Soll ja nicht zu schwer werden, das Game. Äh. Okay, Fiaro. Amagarga. Bring mir Eisgestein etwas. Bestimmt irgendwann gegen einen Drachen. Arena Light oder so. Ähm. Amagarga, Fiaro, Kvajutsu. Durengard. Und Florgis. Gen 1 startet nicht vergessen im Team. Warum sagst du die ganze Zeit Gen 1? Wir spielen Gen 6. Glaubst du nicht, dass ich Gen 1 Pokémon hier aufsammeln werde? Weg mit dem Schmutz. Ah. 3D. Jetzt sind wir tatsächlich in der vollen 3D-Welt. Was für die Mega-Vibes? Was für Megas? Ich werde versuchen, kein einziges Mega einzusetzen. Ein Megaman brauchst du auf jeden Fall. Megaman brauchst du auf jeden Fall. Hallo, Fast Guy. Ist das die Gen mit den wenigsten neuen Pokémon? Die oder 7? Ich glaube, es ist die, ja. Oder war es 7? Aber mit Formen sind es dann doch ein paar. Hallo, Azrael. Wie Spaß beim Entwickeln von Amagarga. Ist das ein Tausch? Wie sollen wir heißen? Lord L, oder? Oder Lord L. Mega ist das Ausgang-Aushängeschild für Gen 6? Ja. Und genau deswegen werde ich es nicht machen. Du könntest ja auch als extra einen Mon für jedes Mega fangen. Ja, das hatten wir überlegt. Aber ich habe mich definitiv dagegen entschieden. Äh. Froxy. Nehmen wir, ne? Froxy. Oder Finks. Ich glaube, Quajutsu ist schon cooler. Ist Quajutsu nicht eine Glaskanone? Na gut. Froxy. Quafaf hat doch so viele Formen, aber nicht in Home, oder? Doch, auch in Home. Aber es sind nicht so viele, es sind 7. Vivillon hat 18 Formen. Okay, okay. Moment, Moment. Richtig? Klick. Wichtig, wichtig. Es war wichtig. Nummer 1. Random Shiny. Dafür müssen wir ins Menü gucken, ne? Qua-Verform bekommst du auf Bank nicht. Korrekt. Trotzdem existieren sie. Hallo, Mauslo. Machst du auch sowas Besonderes, so wie in Gen 5 mit den Versteckten Fähigkeiten? Mir fällt nix ein. Fällt dir was ein? Schmaddel. Ein Level 37 nachts? Ja, das ist ja nicht schwer dann. Stell dir halt kurz die Uhr um. Äh, ich glaube, ich muss zuerst zurück, ne? Und jetzt will sie kämpfen. Also es ist die Option, zum einen gibt's die Option, dass wir alle versteckten Fähigkeiten sammeln. Das machen wir aber nicht, denn das hat was mit Kontakt-Safari zu tun und die ist zwar noch machbar, aber nicht wirklich, weil die Server offline sind und so weiter. Und das ist nicht mal sehr interessant, weil das ist einfach nur die ganze Zeit Kontakt-Safari machen und hoffen, dass das Pokémon kommt und fangen. Es ist immer das Gleiche. Da gibt's keine, nicht sowas cooles wie Apoqualyb oder irgendwas Tagesabhängiges, sondern es ist einfach Kontakt-Safari fertig. Langweilig. Das andere wäre, jeden, ähm, Eolid-Stein zu besorgen, damit ich potenziell jedes Pokémon megaffizieren kann. Ich persönlich auch langweilig, weil es geht dann nicht um die Pokémon, sondern es geht um den Stein. Das heißt, ich muss zum Beispiel Oras irgendwie zweimal durchspielen jeweils, oder halt zweimal durchspielen beide, jeweils einmal durchspielen beide, um am Ende Mew to Lead oder, oder, oder in Oras ist es, weiß ich nicht. Aber Oras hat halt exklusive Steine und dann müsste ich Oras nur durchspielen, um ein Item zu kriegen, das ich noch nicht mal einsetzen kann in Home. Also, der Stein bringt dir auf Home nix, eben, eben, Mega-Evolutionen bringen mir für den Origin-Decks nix. Das wäre halt einfach nur zusätzlich etwas, um mehr 100% im Spiel zu machen. Die Anzi bekommt man aber nicht mehr, die Anzi-Need bekommt man aber nicht mehr, zum Beispiel, aber genau genommen bekommst du auch die Anzi nicht mehr. Also, wie bekommst du diese auf Home, wenn die beim Übertragen auf Bank ihre Form verlieren? Pokémon Go. Quaffa-Formen verlieren, Quaffa verlieren nicht ihre Form von Pokémon Home, von Pokémon Go. Aber es ist ja die Mechanik von Gen 6. Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt. In Petro 4 gibt es das Flossenfossil. Okay, Lurki schafft es schon jetzt zu spoilern und zu Backseat-Gamen, bevor ich überhaupt jemals ein Pokémon gefangen habe. Hallo, Narben-Garten. Mega-Dianzi? Fragezeichen. Es existiert Mega-Dianzi, ja. Aber du kannst kein Dianzi und kein Dianzid haben. Dianzulid? Dianzzilid? Hallo, Lucy. Das heißt, Lucy, du wärst dafür, dass ich jeden Evolid-Stein irgendwie besorge. Auch wenn es einfach nur ein Stein ist, der mir nichts bringt. Ja, bitte. Okay. Geskriptet ist... Äh, 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 starrer Lilly. Nein, wie heißt du? Taubsi. Ich dachte, du möchtest Tipps. Habe ich jemals gesagt, ich möchte Tipps? Was habe ich gesagt? Wann habe ich gesagt, ich möchte Tipps? Später fragst du wieder, wo gibt es dies und das? Ja, und dann kannst du antworten. Warum sagst du mir jetzt, wo ich ein Pokémon kriege, was ich erst in 20 Stunden mir holen kann? Nicht nur habe ich es vergessen bis dahin. Zweitens ist es ein dummes Backseat-Gaming, wie jedes Mal ihr betreibt. Was ich nicht verstehe, warum. Weil es bringt nichts. Weil ich extra dann das Gegenteil mache von dem, was ihr mir sagt, nur um euch zu ärgern. Hallo, MLG-Lol. Ich hoffe, du weißt, dass dir im Home-Gras wilde Pokémon begegnen können. Hallo! Backseat-Gaming! Gaming! Ich hoffe, jeder von euch wird mal so richtig viel streamen und dann komme ich rein und sage die ganze Zeit so dumme Sachen. Boy from Belgium. Hallo! Ich bin halt wegen Dino und deswegen sammle ich jetzt beide Dinos nicht auf. Leute, wir brauchen einen Ersatz für Amagarga. Wir können ja mal hier durchgehen. Also wir holen uns Fiaro. Wir holen uns Durengard. Wir können uns auch eine Fee holen. Wie wäre es mit Felinara? Wie wäre es mit Felinara? Oder Giftwasser. Seemon. Abklatsch. Oder Dedenne. Ne, Dedenne ist doof. Oh, Tromborg. Aber Tromborg muss ich tauschen. Oh, Viscora. Es gibt super viele Geile, die ich gerne nehmen würde ins Team. Aber das war es schon. Das war es schon. Okay, warte mal. Quajutsu, Fiaro, Durengard. Es sind schon drei. Oh, ich noch drei. Viscogon ist sehr geil. Und es wäre ein Drache. Tromborg ist mega geil. Und es wäre Pflanze Geist. Aber ich habe Durengard schon mit Geist. Er ist vielleicht nicht Durengard. Aber Durengard ist sackenstark. Geiststahl. Eine Fee wäre halt klug, weil Fee ist halt, ne, wahrscheinlich gibt es einiges, was schwach ist gegen Fee. Oafnir ist halt auch Drache. Drache Flug, oder? Wahrscheinlich. Sagen wir mal Felinara. Aber hier, unser umgedrehter Ding ist auch cool. Eigentlich brauche ich Pangoro, Pandrago, weil ich liebe Pampam. Kampfunlicht. Stimmt, wir brauchen Kampfunlicht. Natürlich. Okay, ich brauche auf jeden Fall Pandrago. Pandrago, Durengard, Fiaro, Felinara. Habe ich noch Platz für zwei? Ne, nur noch eins. Dann entweder Oafnir, Viskogon, oder... Ja, ich glaube, Oafnir. Oafnir ist zu cool. Ja, ich will auf jeden Fall Pampam. Pampam ist Unlichtkampf. Brauchst du denn die Mythicals her? Äh, von damals. Die sind, das sind die von damals. Und die haben mir, äh, nette, nette Zuschauer getauscht. Felinara, bitte shiny handen. Nö. Hallo, Thomas. Machst du zuerst die Vivillon-Form oder spielst du es zuerst durch? Ich spiel's zuerst durch. Hallo, Sword of the Demon King. Warum musstest du unbedingt auf YouTube-Kanal-Mitglied werden? Dein Name ist so lang. Ich musste ihn zweiteilig schreiben. Mh, Mann. Danke dafür. Hallo, Game Benny. Gardevoir mit den Attacken, Mondgewalt, Psyokinese, Donnerblüssen, Energieball trainiert auf Spezialangriff. Okay, interessant, interessant. Seh ich jetzt hier nicht? Seh ich jetzt hier nicht in dieser Liste? Ich weiß auch nicht, wo du ein Gardevoir siehst. Nee, ich mach natürlich nur Gen-6-Pokémon. Warum soll ich ein Gen-3-Pokémon jetzt nehmen? Ich glaube, ich werde kein Problem haben, das Spiel durchzuspielen. Es geht nur darum, Spaß zu haben. Also welches Team ist am coolsten? Von natürlich Gen-6-Pokémon. Leider kein einziges davon. Ich hoffe, die werden in Legends Z.A. wieder verteilt. Ja, oder du findest halt Leute, die das hergeben für etwas, was du hast. Wir spielen super ausführlich. Ich gehe sogar hier durch und sammle Poke-Bälle ein. Da wäre ich so stark. Arctilas ins Team. Ich meine, da ich jetzt Amagargar nicht nehmen darf, um Lurky zu ärgern und das andere auch nicht, wäre ein Eis-Pokémon halt nicht schlecht. Aber dafür habe ich halt ein Feen-Pokémon, falls Drachen kommen. Ich muss ein Feen-Pokémon nehmen. Weil irgendwann gibt es bestimmt einen Punkt, wo man Feen-Pokémon braucht. Evoli zu Felinara war ein reinzugebendes Pokémon. Dass ich nicht ein Spiel entwickelt habe, aus dem es kam beim... Was? Aus dem es kam beim Origidex. JJ war es. Also du hast Evoli zu Felinara nicht im Spiel entwickelt. Warum nicht? Ist doch Feen-Attacke und Freundschaft... Ja, Feen-Attacke und Freundschaft, oder? Das wird ja wohl passieren im Laufe des Spiels. Ich glaube, ich muss diese Item nicht aufsammeln. Ich glaube, es ist alles Schrott gerade. Das sieht schon um einige schön aus. Und bisher hat es noch kein einziges Mal geruckelt. Aber keine Angst, sobald ich diesen Wald verlasse, wird es ruckeln. Und dafür stehe ich mit meinem Emulator. Dann hoffe ich einfach sehr, sehr stark, dass ich diesen Save nehmen kann und übertragen kann auf meinen DS. Aber es muss ja gehen. Nein, das mit Felinara passiert nicht einfach so. Das ist hier anders als Psyan und Nachthara. Aber normalerweise ist es so. War es in Gen 6 noch anders? Sieht gut aus, ne? Felinara. Level aufstieb mit erlernter Feen-Attacke sowie zwei Herzen zutrauen in Pokémon-Army. Okay, also ist ja quasi das Gleiche. Zwei Herzen kann doch nicht so schwer sein zu haben. Zwei Herzen zutrauen? Ich muss das Ding doch einfach nur die ganze Zeit streicheln, oder? Ja, mit diesem Pokémon-Army da. Also es passiert nicht von alleine. Also die Zutraulichkeit geht nicht von alleine hoch, sondern ich muss halt regelmäßig es waschen. Von Flöhen befreien und streicheln und schütteln. Lucy, du bist ein Frauenmagier. Wobei, da Thierry ist noch gar nicht Feuer, gell? Das ist eine Sache von 10 Minuten. Eben, ein bisschen kuscheln, ein bisschen streicheln, ein bisschen petting. Aber sonst, verspreche ich euch, werde ich kein Pokémon streicheln. Ich stehe immer noch dazu, dass Pokémon ein Werkzeug sind und nicht Freunde. Ist hier was? Ich sollte mal, ich könnte aber, aber es kam doch, doch Pomel hätte ich, glaube ich, gerade fangen können. Das war, glaube ich, ich hätte einen Pomel fangen können. Brian O'Connor, du bist ein Shiny Espinodon. Geil. Du Pokémon-Mobber. Ne, ich mobbe die nicht. Aber ich bin halt nicht nett. Nur weil jemand neutral dir gegenüber ist, heißt es ja nicht, dass er dich mobbt. Ich mobbe sie erst, wenn sie nicht performen. Also wenn jetzt dieses Froxy gegen Hornlio verliert, dann... ...muss halt gemobbt werden. Damit du es selber lernst. Damit du das Froxy besser lernst. Ich bin schon Level 9 durch Käfer. Habe ich Poké-Bälle von der gekriegt? Vielleicht sogar 1000 Stück oder so. Als Werkzeug zu benutzen, aber nicht neutral. Wenn du einen Hammer in der Hand hast, was machst du dann mit dem? Liebkost du den, streichelst du den und bittest ihn darum, dass er gefälligst einen Nagel reinhaut? Nein. Du benutzt den Hammer. Du bist nicht positiv, als auch nicht negativ. Du benutzt einfach deinen Hammer. Nichts anderes mache ich. Überlebst du einen Ruckzuck-Üb? Yes. Bist du männlich? Ja. Ich brauche drei Stück davon. Ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe jetzt hätte. Ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe hat beim Emulator. Wahrscheinlich die Standard-Farbe? Wobei der Emulator ist ja offen auch auf eine Region eingestellt. Aber wir machen es nicht über einen Emulator im Endeffekt. Natürlich. Ich glaube jede, also ich, deswegen, ich glaube ich fange mir zwei, um es einfach zu entwickeln, aber dann, wie wir, ja, mache ich dann wirklich als separate Sache. Mit natürlich originalen Hardware. Floges mit den Attacken Mondgewalt, Psychokineser Energieball und letzter Attacke kannst du dir aussuchen. Aber Floges ist kacka. Das ist doch kein cooles Pokémon-Flooges. Ich würde den Hammer ja nicht als lebendes Pokémon bezeichnen. Ja. Dann bezeichne doch mein lebendiges Pokémon nicht als Freund. Mein lebendes Pokémon ist halt Werkzeug. Hallo Megumina. Gibt's hier auch Tandrak? Äh, was war nochmal? Tandrak. Das hier ist auch Tandrak. Ja, es gibt Tandrak. Tandrak ist cool, aber Seedreck hinkst cooler. Warum darf man in diesem Chat nicht Kappa schreiben? Weil Kappa stinkt, weil Kappa kacke ist. Genauso wie Floges. Hast du ne Ahnung, warum ein Original-Pokémon-Diamant-Cartage immer nach Minuten abstürzt? Vielleicht ist es nicht original. Worauf weißt du, dass es original ist? Mensch, sind wir gerade hier wild unterwegs? Ein wildes Grillmack im ersten Wald? Gen 5. Aber nicht, Gen 5 ist vorbei. Sind Pokémon überhaupt lebendig, wenn es hier nur digital gibt? Exakt. Exakt, Pokémon lassen sich in PCs reinstecken. Also irgendwie sind es nur digitale Daten. Nix hier, Freund. Werkzeug. Dein erster Encounter im Wald war auch schon ein Grillmack. Echt? Ups. Ich nicht aufpassen. Nein, ich habe einen Pummel gefangen. Wir müssen updaten. Ich darf nicht vernachlässigen. Die Grafikalität ist ja wirklich die erste Sahne, gell? Noch hat nichts geruckelt. Aber gleich, wenn wir den Wald verlassen, werdet ihr sehen, warum es vielleicht doch nicht so eine geile Idee war. Vor allem mit dem Sound nervt es halt. Wenn nur das Bild ruckeln würde, wäre nicht so schlimm. Aber der Sound macht dann auch so... Ansonsten, wenn dein Pokémon Diamant einfach abstürzt, kann auch einfach sein, dass die Kontakte vielleicht kaputt sind, dreckig sind. Putzen, putzen, putzen. Ist Goppel eigentlich schon Stahl? Wieso digitale Daten in Legenden Arceus fängt man Pokémon in Aprikoko bellen, wie digitalisiert in Bio-Pokébelle? Ja, in Legends Arceus war noch alles anders, aber dann gab es den großen Knall, wo alle Pokémon ausgelöscht wurden und dann haben Pokémon Archivierer jedes Pokémon in digitalen Medien, also in digitale Daten umgewandelt und archiviert. Tatsächlich seit Gen 1, also seit von Anfang an, gibt es keine Pokémon mehr, das sind alles nur Fieberträume. Also ich bin gerade dabei, Zelda OOT in 4K zu spielen und so schlimm war das mit dem Shader-Laden gar nicht. die 3DS-Version, oder wie? Aber wenn du da zum Beispiel einen Custom Texturpaket hast, dann wird es komplett geladen. Aber von X gibt es kein Custom Texturpaket. Du wirst gleich sehen, wie es ruckelt. Irgendwann wird was kommen, was ich noch nicht geschadert habe. Das könnte so auch ein Switch-Spiel sein. Schon, gell? Das einzige, was halt nicht abgescaled werden kann, sind die PNGs von den Pokébellen hier. Das ist aber ein Weibchen, das will ich nicht. Ja, wusste nicht, dass das ohne geht. Achso, also hast du ein Custom Texturpaket, das wird sofort geladen, weil das hast du ja abgespeichert auf deinem PC. Okay. Der Emulator lehrt gerade alle Shader, sobald sie existieren, speichert er sie ab. Aber du hast ja schon alle abgespeichert. Ich gucke gerade auf dem Fernseher, so will ich das definitiv nochmal zocken. Und ich habe es nur auf Fenstergröße, also mein... meins ist noch nicht mal... schau. Jetzt wird es ein bisschen ruckeln. Aber hier war ich noch nicht. Arena-Leiter. Meine Mutter. Zurück. Nein. Was bekomme ich? Abenteuer-Fibel. Ist das mein Tagebuch? Cool, danke. Ich finde, wir haben zu viele Rivalen in dem Spiel. Aber eigentlich ist nur sie der Rivale, oder? Die gerade weggelaufen ist. Der will die ganze Zeit tanzen. Keine Ahnung, was der eigentlich macht. Und sie ist eh nur nervig. Hallo Nico. Ich finde aber das geht doch. Ja, das war gerade nix. Das war gerade nix. Ich meine aber... Da war gerade das erste Mal ein bisschen us. Also was ich gesagt habe, das hier ist noch nicht mal Full HD, was du siehst, aber wenn du das selber emulierst und zum Beispiel 9K-Fernseher hast, kannst du es auch auf 9K hochskalieren. Irgendwann brauchst du halt ne richtig gute Grafikkarte natürlich. Aber selbst meine 2080 ist nur bei... Äh... 33%? 30%? Da kommen Erinnerungen hoch. Ach... Hallo Daniela. Ich hasse es, Freunde in Pokémon zu haben. Ja, ne? Weil man hat sie sich nicht ausgesucht. Gary sucht man sich wenigstens nicht aus. Also Gary sucht man sich nicht aus und er hasst einen auch. So ist das normal und dann will man irgendwie, dass Gary einen mag. Und man will irgendwie cool genug sein, dass Gary einen dann akzeptiert. Aber hier, ne? Hier ist ja alles, ne? Die lieben einen ja, egal was ich mache. Habt ihr das eigentlich mal gesehen? Es gibt Leute, die gecheckt haben, ob es für Gary überhaupt möglich ist, 40 Pokémon zu haben. Oder was waren 30? Ich glaube, es waren 40. Wenn man das erste Mal auf die MS Anne geht, steht ja da Gary und sagt, was, du hast erst so und so viele Pokémon im Pokédex? Ich habe schon 40 Einträge. Und ich habe schon 40 gefangen. Es gibt Leute, die das getestet haben. Ob das überhaupt möglich ist, in diesem Moment 40 Pokémon zu haben. Und es ist nicht wirklich möglich. Das heißt, Gary lügt. Gary ist ein alter Lügner, der einfach nur angeben will. Aber solche Rivalen vermisse ich. So richtige Kack-Bratzen. 37 Raupies, nein, dann verschiedene Pokémon gefangen. Hallo, Saul. Können wir auch ein Spiel machen ohne Rivalen oder Konkurrenz? Legends Arceus hat keinen Rivalen möglich, oder? Da gibt es nur sie oder ihn, der halt, also Dawn oder Dusk, die halt Sachen erklären. Ich kann auch nicht zerschneiden. Gibt es hier noch VMs? Ja, ne? Kämpfen. Ja, es gibt noch VMs. Gott sei Dank. In sieben dann nicht mehr. Oh mein Gott, das erste. Bedürf. Ey, ihr Patrons, habt ihr schon mein neuestes Video gesehen? Am Mittwoch kommt auch das Video für alle anderen. Ich habe ein Level 1 Garados gefangen. Ich sterbe. Ähm. Ich könnte ja einen meiner Tränke einsetzen. Wie peinlich. Werde ich heute zum Abendbrot schauen? Abendbrot. Leider noch nicht. Ich mache noch ein Making-of dazu, weil... Das Intro und Outro, da stehe ich ja an einem Loch hier. Also Loch. Äh, Loch heißt See. Auf Irisch. Loch Ness und so. Habe ich in dem Video nicht? Ist in dem Video nicht wirklich... Manche könnten denken, ich stehe irgendwo in Deutschland bei einem Weiher. Und ich nenne es einfach Loch. Ähm. Aber ich bin gestern mit Rosa eine Stunde zu dem Loch gefahren. Nur um dann nicht da hinzukommen. Keine Straße hat er hingeführt. Nur da waren halt Privatgrundstücke und da wollte ich nicht durch. Das wäre glaube ich nicht so gut gewesen. Und dann sind wir zum nächsten Loch gefahren. Und dann war da nur hier Strandbadeurlaub. Das war ein winziger Streifen und da waren so viele Leute gelegen, ey. Null Chance. Dann bin ich zum nächsten gefahren. Das nächste Loch war so ein abgefuckter kleiner Platz, wo man seine Boote reinlassen konnte. Wo irgend... So ein Camper stand mit Familie, die da gerade gefrühstückt haben oder Mittag gegessen haben. Dann sind wir noch weiter gefahren. Dann sind wir zum vierten Loch gefahren, wo wir dann erstmal zehn Minuten hingehen mussten, weil man da nicht hinfahren konnte. Und dann, das war dann sehr gut, das war dann sehr gut. Und da habe ich dann meine Kamera aufgestellt und habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Video aufgenommen außerhalb von diesen vier Wänden. Dafür, dass man es zwei Minuten im Video sieht. Was soll das auf dich nimmst? Ich wollte halt immer mal ausprobieren, wie es denn technisch funktioniert, dass ich... Ne, hier habe ich ein Mikrofon, Equalizer, hier habe ich halt die ganze Technik auf dem Tisch stehen. Was ist, wenn du auf einmal das alles nicht hast und du stehst an einem See? Wie nimmst du dann Sound auf? Wie nimmst du Bild auf? Und so weiter. Aber es hat geklappt. Es ist natürlich nicht eine Qualität wie hier, aber das ist auch unmöglich. Aber es geht, es geht. Das einzige, was mich richtig stresst, falls ihr es schon gesehen habt, das Video. Ähm, ich sehe so fett aus. Ich sehe so fett aus. Und ich glaube, das kommt daher, dass ich fett bin und dass das Licht... Die Sonne stand ein bisschen zu steil. Ich wünschte, ich wäre zwei Stunden später da gewesen. Aber das Licht kommt von oben, sodass jede kleine Falte einfach volle Kontrast, Schatten und alles hat. Quatsch. Ne, es ist die Kombination aus dem Licht, die Kamera und... Sodamack. Und das ist Licht, die Kamera und mein T-Shirt. Das heißt, ich sehe wirklich dick aus. Das ist schrecklich. Aber... Ging nicht anders. So ein Quatsch. Du bist nicht dick. Ich bin... Ähm... Selbstverständlich dick. Das siehst du noch nicht. Schau dir das Video an, dann siehst du es. Ähm... Aber ich bin auch übergewichtig. Rein... BMI-mäßig. Also du brauchst nicht sagen, dass ich nicht dick bin. Das ist nett von dir, aber das stimmt nicht. Das ist äh... Ein Fakt. Zeig deine Wampe sonst nicht dick. Das ist mir egal, was du denkst. J-Gamer Navi-Taub. Ich zeig dir nicht meine Wampe. No... Varia. Dick nennt ich was anderes. Okay. Das nenne ich dann wahrscheinlich fett. Das sind alles Muskeln. Mhm. Welches Spiel ist das? X oder Y? X. Spielt das eine Rolle? Welches es ist? Ein Shiny-Hunter, der die Außenwelt betritt? Ja. Schaut es euch an auf Patreon. Wenn ihr Patreon seid und es noch nicht angesehen habt. Shame on you. Aber Mittwoch kommt es auch auf YouTube. Tieno ist dick. Keine Ahnung, wer Tieno ist. Aber ich hoffe, er weiß, dass du ihn dick nennst. Der arme Tieno. Oder Tieno? Achso, der Typ, der hier rumläuft, heißt der Tieno? Hehehe. Hehehe. Ich weiß doch nicht, wie die heißen. Heißt der... Ja, ah, okay. Ja, der... Ne, der ist fett. Oedipos. Oedipos. Oedipos? Oedip... 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 Du weißt schon. Ah, ich muss arbeiten, kann ich immer Videos schauen? Okay. Oedipos. 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 Was haben wir zu den Gen 6? Auch die VF? Nope. Ich spiel einfach nur das Spiel und fang die Pokémon. Es gibt nichts besonderes in diesem Spiel. Außer Vivians. Außer euch fällt noch was ein. Warum ist die Guard hier eigentlich shiny locked? Wie das Legis shiny locked. Als kannst du dir seit Gen 5 fragen, warum Legis shiny locked sind. Aber der BMI ist ja jetzt auch nicht wirklich ausschlaggebend, oder? Ein Bodybuilder, der 120 Kilo hat und vollgepackt ist mit Muskeln hat auch ein BMI jenseits von Gut und Böse. Das kann sein. Ich sag mal. Mich hat es sehr im Video gestört, dass ich sehr übergewichtig aussehe. Normalerweise kann ich das besser kaschieren. Aber in dieser Sonne ging das nicht. Hab ich das gekriegt? Ah nein. Kann ich die ausmachen? Wobei es geht. Das ist halt die 3D-Steuerung. Das geht. Mach einfach das Licht aus. Ich würd gern noch ein paar mehr Pokémon fangen. Warum hat das Pomel jetzt keine Level gekriegt? Muss ich den EP-Teiler erst einsammeln? Also kriegt man nicht von Anfang an mehr EP. Machen wir weiter. Weil noch kein EP-Teiler. Aber ich glaub den kriegt man storytechnisch. Ich hab alle außer die Vivillons in ca. 37 Stunden gehabt. Weißt du wie ich die Vivillons bekommen kann? Oder geht das nicht? Du musst dein 3DS-System auf eine andere Region umstellen. Und dann das Spiel komplett neu starten. Bis zu Pumel spielen. Fangen. Du musst es genau genommen nicht entwickeln. Aber ich würd's dann noch schnell entwickeln. Dann hast du ein Vivillon in der Form. Schickst es auf Bank. Löscht deinen Spielstand. Änderst die Region von deinem DS. Und machst weiter bis du alle Regionen durch hast. Du musst halt eine Liste raussuchen mit den Regionen die du auswählen musst. Allerdings gibt es 3 Regionen nicht auf einem europäischen DS. Du hast Japan. Dafür brauchst du einen japanischen DS. Und 2 amerikanische. Dafür brauchst du einen amerikanischen DS. Also nur mit einem europäischen DS kannst du genau genommen nicht alle Vivillons haben. Aber du kannst dein DS modden und dann auch die Region ummodden. Das muss ich selber noch rausfinden wie das geht. Und werde ich irgendwann machen wenn wir soweit sind. Wird auch sicher im Video vorkommen dann. Was ist denn jetzt hier drin? Nix. Oh. Moment mal. Skoppel ist auch neu ne? Männliches Skoppel. Level 6. Das gehört mir. Nach der ersten Arena kriege ich EP-Teiler. Skoppel. Ähm. Was wäre hier eigentlich ein gutes Fang-Pokémon? Und gibt es hier sowas wie Schambolzen? Brauche ich überhaupt sowas wie Schambolzen hier? Was wäre denn ein gutes Fang-Pokémon? Beziehungsweise habe ich überhaupt einen VM-Sklaven? Brauche ich einen VM-Sklaven? Oder bin ich abgedeckt? Ne, ich kann ja nicht. Ich brauche irgendwas mit Zerschneider. Bedeutet Pokémon-Bank ist wieder weg. Das geht dann mit einem gemoddeten. Beinhaltet aber, dass du quasi ein Factory-Reset auf dem 3DS durchführst. Nur dann geht das? Also es haben jetzt schon mehrere Leute geschrieben, wie sie das gemacht haben. Du bist jetzt die erste Person, die sagt Factory-Reset. Wie viele Haare gibt es mit Schambolzen? Du Miese. Seratronics, vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Danke für deinen allerersten Sub. Aber ich kann ja bestimmt irgendwie meinen DS backupen und dann irgendwie das alles wieder da drauf ziehen. Wenn ich wirklich alles weg herstellen muss. Gibt ihr wenigstens viel EP? Lohnt sich das hier? Selbst hast du es noch nicht gemacht? Ich werde mich darüber richtig informieren, sobald es soweit ist. Aber erstmal müssen wir es. Ich glaube, ich mache erst alles andere und Vivillon mache ich wirklich als letztes. Eben weil die Gefahr besteht, dass alles flöten geht. Ich erinnere mich noch an 2013, als man meinte, die 3D-Models sehen nicht gut aus. Und jetzt sehe ich Dumiesel und bin fröhlich. Hallo Bisalina, weißt du woran das liegt? Ich zeig's dir. Das liegt daran, dass ich absichtlich auf einem Emulator spiele, damit das Spiel für den Stream besser aussieht. In Realität wäre die Pixelgröße ungefähr diese hier. So würde das Spiel eigentlich aussehen. Aber wir sind ein bisschen dodgy unterwegs. Edgy. Dann machen wir uns ein bisschen... Ein bisschen mehr Pixel geben wir uns. Vielleicht nicht schlechter. Ja, ich meine, der Pixel-Look ist halt ein Look. Und ich verstehe auch... Also jetzt zum Beispiel das Goldini. So geht's. So sieht's echt super aus, finde ich. Weil du siehst immer noch Pixel, du siehst halt, wie das Pokémon aufgebaut ist. Aber wenn dann das Pokémon weiter weg ist, dann sind die Konturen zu fett, finde ich. Also da, das Goldini hat viel zu fette Konturen. Aber ich finde es immer noch besser, als gar kein Goldini erkennen zu können. Es ist nie perfekt. Aber ich finde halt auch, 400 Pixel hochskalierend für einen Stream ist immer noch schlechter als das. Bing, 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 bing. Das heißt, die Biblios kannst du ohne Auslandzeichen nicht besitzen? Warte mal, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Guter Punkt, warte mal. Ist die Frage, was der... Weil in Realität ja. Außer, das weiß ich nicht. Also ich spiele ja gerade die europäische Version, wo man am Anfang die Sprache auswählen kann. Heutzutage mit Gen 8 und Gen 9 ist ja jede Version, hat jede Sprache. Ich könnte auch Kamesin auf Japanisch spielen. Aber damals könnte es noch sein, dass man, wenn man amerikanisch Pokémon hat, kann man nur amerikanisch spielen. Japanisch nur japanisch und europäisch sind dann alle. Sprache kannst du immer auswählen. Dave sagt, Sprache kannst du immer auswählen. Das heißt, selbst wenn ich das japanische Spiel einlege, was ich genau genommen machen müsste, weil nicht einen japanischen, weil die sind Region Locked. Das kommt hinzu, wenn du einen japanischen DS hast, für das japanische Vivillon, musst du auch ein japanisches X oder Y haben. Weil sonst kannst du die nicht abspielen. Legit betrachtet. Aber wenn ich die Sprache selbst beim japanischen Spiel ändern kann, dann... Moment, Leufeo ist Gen 6. Warte. Bist du Gen 6? Natürlich bist du Gen 6. 5 kannst du nicht sein. Bist du Gen 6? Wo bist du? Wo bist du Leufeo? Oh Gott, da hat es Männchen finden. Bin ich blind? Wo ist es? Ah, hier. Hier ist eins. Ah, hier. War das männlich? Dann bringe ich mich um. Ich brauche genau genommen zwei Männchen, ne? Aquabelle nehme ich. Pyroliot hat es auch zwei Formen. Korrekt. War weiblich. Okay, gut. Wäre es nicht ganz so schlimm dann. Ich brauche ein Weibchen. Ja, das war jetzt blöd. Aber wenn es ein Männchen gewesen wäre, dann wäre das sehr peinlich geworden. Äh, machen wir das mal. Ich muss eh ein bisschen leveln, würde ich mal sagen. Weil wahrscheinlich lohnt sich das Leveln besser, wenn ich einen EP-Teller habe. Oh, Rente. Ich kann das in 30 Minuten selber testen und dir dann Bescheid geben, wie es aussieht. Hallo? Hallo? Wo gehe ich halt? Tö? Xiao auch? Ja, Xiao gibt es in männlich und in weiblich. Also, Tö Gung. Ich glaube, wir machen die Arena. Kann ja nicht so schwer sein. Außer es ist vielleicht eine Pflanzenarena oder Elektroarena. Und dann kriege ich doch mal den EP-Teller und dann lohnt es sich mehr. Bivillon, Flabibé, Quaffaff, Irbe, Sigat, Hooper, die haben noch andere Formen. Ja, korrekt. Käfer. Und schon wieder sind wir am Spoilern. Der Leo muss unbedingt wissen, dass es eine Käfer-Arena ist. Lass mir halt überhaupt keine Überraschung. Was ist denn daran so schwer, einfach die Klappe zu halten bei solchen Sachen? Es stört mich noch nicht mal. Es stört mich einfach nur, dass ihr es macht. Es ist vollkommen egal, ob ich es weiß oder nicht. Aber es stört einfach, dass ihr den Unterschied nicht versteht. Okay. Macht lieber schlechte Witze. Das ist hier? Ich dachte, das war in Gen 4. Nein, das stimmt. Das war hier. Okay, wie ging das nochmal? Spoiler bei einem über 10 Jahre alten Spiel. Spoiler ist das falsche Wort. Das stimmt. Aber auch so Spoiler, weil ich habe das Spiel nur ein einziges Mal gespielt. Und da habe ich... Ich habe keine Ahnung, was die Story von dem Spiel zum Beispiel ist. Also genau genommen, ja. Ihr könnt nicht spoilern. Aber ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ruckelt das genug für euch? Glaubt ihr mir jetzt, dass das Spiel ruckelt, wenn es noch nicht alle Shader geladen hat? Ja, aber jetzt geht es. So jetzt für eine Aquawelle. Hier. War das hier? Achso, ich kann da durch. Gott, ich dachte, ich kann da den Dinger nicht vorbei. Dabei sagen die einem den Weg. Ich dachte, ich rutsche aus auf den oder so. Ich brauche die XP. Ich brauche die XP. könnte ich auch mal einsetzen. Wie sieht es hier aus? Hallo Ferrit. Hallo Spike. Schon ekeliges Geräusch, wie der hier rumläuft. Kannst Schlecker einsetzen, aber ich dachte, die sind insolvent gegangen. Weißt du, du musst nicht so tief mit dem Humor gehen. Leck. Jetzt lecke ich auch noch diese Kokuna. Wie so fett paralysiert steht. Para reicht nicht mehr. In Gen 6 reicht nicht mehr. Para. Es muss paralysiert dastehen. Steht dann da auch, es schläft tief und fest. Vergiftet. Leck mich. Paralysiert. Ey, ich entwickle mich gleich krank. Ist das 15, 16, 17 oder 18? Ich sage 16. Eine Biene würdest du nicht ablecken. Guck mal, wie lecker die aussieht. Ist ja nicht nur eine Biene, es ist eine Honigbarbe mit Flügeln. Leidet an schwerer Vergiftung. Ich entwickle mich in zu von Amphidel. Amphidel. Amphidifel? Am, Ambi... Ne, das ist, äh, das ist Affe. Amphisel. 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 Amphisel, der kannst du durchgehen lassen. Es ist halt einfach perfekt. Nach der Mucke. Habe ich das verwirrt? Was? Das Foxy-Freundschaft sagt. Nee, aber das machen wir auch noch. Das ist aber nicht schwer. Ja, genau genommen habe ich das auch schon. Bei dem stimmt schon alles, aber wir machen es auch extra nochmal. Wobei, das ist doch schwer zu sagen, zu welcher Gen das gehört. Weil eigentlich kann man es erst ab Gen 7 machen. Aber es ist ein Pokémon, was zu Gen 6 gehört. Kann ich es im Moment, nein, weil ich kann es, aber ich kann es ja erst auf Gen 7 übertragen. Ich kann es gar nicht in Gen 6 reintun. Aber es muss trotzdem zu Gen 6, Scourge zu Gen 6 dazu. Ja, und 100% Sigart ist auch Gen 7. Ja. Das ist aus der Demo-Version, genau. Versuchst du, jede Mega-Evolution zu bekommen? Das war eine Überlegung, aber ich sehe noch nicht, warum das interessant sein sollte, weil am Ende sammle ich einfach nur Items. Das heißt, ich muss Oras durchspielen, um am Ende ein Item einzusammeln. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Aber guck mal, vielleicht entscheide ich mich am Ende noch dazu und dann muss ich Oras beide Teile spielen und 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 und. Aber das ist alles nur, um Items einzusammeln, die ich eh nicht einsetzen kann. Ich habe es auch in der Gen 7 Form-Box, einziges Mann, wo ich unsicher bin. Ich hatte recht mit 16. Antiklimaktisch. Antiklimaktisch? Kann man immer noch machen. Ja, ja, die Frage ist nur, würdest du es zu Gen 6 zählen oder zu Gen 7? Weil ich kann Ash-Quajutsu nur in Gen 7 haben, aber Quajutsu ist ein Gen 6 Pokémon. Ja, die Form ist streng genommen Gen 7. Wobei es die Demo, aber übertragbar war es in dem Moment, wo Gen 7 rauskam. Ich glaube, ich zähle es zu dem Video hier, zu Gen 6, weil es ist halt die Form von Quajutsu. Gen 7, würde ich sagen. Gen 7, würde ich sagen. Das StaffCon sieht ganz cool aus. Welche Evolutionsanimation ist eigentlich die schönste? Definitiv Legends Arceus, oder? Mit dem Wirbelstauern und alles, das sieht mega geil aus. Aber auch komisch, wenn an einem Gen 6 Video am Ende Gen 7 Gameplay drin ist. Das ist, naja, als Voraussicht. Dafür spielen wir die Demo. Ja, es ist... Also entweder ist es direkt am Anfang von Gen 7 oder am Ende von Gen 6. Pokémon XD. Die haben auch eine schöne Evolution hier. Hallo, Henri Jede. So, wenn ich den EP-Teiler verpasse, sagt es mir. Aber ich glaube, ich kann den nicht verpassen. Okay. Ich wusste es. In dem Moment, wo ich jetzt mit ihr geredet habe, dachte ich mir, die wird es jetzt wahrscheinlich sein. Das heißt, hier kann ich ihn auch an und aus machen. Aber wir müssen es ja nicht noch schwerer machen, als das Spiel ist, oder? Ich meine, das ist ja schon knallhart hier. Oder was? Ausschalten. Es geht tatsächlich. Also entweder wir machen ihn aus und ich spiele das ganze Spiel nur mit Quajutsu durch. Oder wir machen ihn an und wir bauen uns ein geiles Team. Ich finde Team-Bauen eigentlich cooler. Hier gibt es doch die ganzen Floor-Gäste und so. Ich kaufe mir ganz viele Poké-Bälle. Äh, ist der Markt... Der Markt ist hier auch gerne. Gen 6 hat es halt noch gut gemacht. Das ist so simpel, aber fehlt halt in den neuen Spielen. Ja, sie wollten halt... Ich glaube, ihr Plan war es immer, den festzumachen. Aber sie wollten quasi ein bisschen Gleitcreme benutzen. Sondern es nicht direkt uns zwingen. Das ist das leichteste Game ever. Ja, das ist sicherlich verschrieben. Das ist das schwerste Pokémon-Spiel ever. Ich weiß es doch. Schauen wir nochmal nach Leufeos. Äh, was? Pokémon X für extra schwer. Henriette, du bist ein Kirlia. Kirlia, kennst du das? Oh, Weibchen? Fang ich. Ich schläg dich. Oh Gott, der stirbt beim Schlecker. Keine Wirkung auf Leufeo? Ach, du bist normal? Das ist irgendwie logisch, dass der normal ist. Irgendwie, glaube ich... Ich schmeiß, glaube ich, nur Poké-Bälle. Ich spiel's gerade nebenbei, du bist Colosseum. Ich liebe Suicune. Ah, jetzt Pummel, Pummel, Pummel. X für extra leicht. Who's that Pokémon? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Who's that Pokémon? Das ist doch einfach. Das ist doch einfach. Was ist das? Da fand ich Sonne und Mond-Ensetzerer wesentlich besser. Ja, jetzt hast du leider was geschrieben, weswegen ich dich nicht mehr ernst nehmen kann. Sonne und Mond sind die schlechtesten Spiele, die es gibt. Und das weiß ich, weil ich die noch nie gespielt habe. Deswegen können sie nicht gut sein. Glad Imperio. Lauch-Zelot. Aber I'm a Snack muss das machen. Lauchi? Ist es Lauchi? Nein, ist es nicht. Natürlich ist das Glad Imperio. Aber du kannst noch sagen, was das hier ist. Okay, nein, 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 nein. Was ist das hier? Who's that Pokémon? Mentor. Das ist Ditto-Ksu? Falsch. Das ist Ditto-Ksu. Suto. 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 Aber was ist das? Who's that Pokémon? Ich wahre Bock. Ich wahre Bock. Das war Ditto, kein Slimer. Das hat man noch an den Augen gesehen. Männlich. Ich sollte eigentlich das mit Scham-Bolzen machen. Warum mache ich es mir jetzt so unnötig schwer wieder? Scham-Bolzen. Ist noch was anderes, das Scham-Bolzen kann. Gupidos, nehme ich. Felinara, Celabelle, Velursi. Okay, es ist echt nur Felinara. Aber heißt das... Aber wie heißt es? Aus jeder Fähigkeit, die Evoli hat, wird Scham-Bolzen? Das ist Evolis-Fähigkeit. Anscheinend nicht Scham-Bolzen. Angsthase. Ach krass. Das heißt aus Angsthase und Anpassung wird Scham-Bolzen. Okay, dann warten wir so lang mit Leufeo. Aber ich kann ein Leufeo abkreuzen. Hier. Beziehungsweise das hier. Ich weiß gar nicht, soll ich rechts oder hoch? Kommst du mit mir? Das Männliche ist seltener. Ich weiß. 12,5%. Das war Slimer, aber eigentlich wegen dem XXA vom Xato kann man auch einfach Slimer als Bezeichnung nehmen. Und zwar kein Slimer, das war Ditto. Jetzt schon Riolo. Wirst du die Mons hier entwickeln oder in Kapu? Eigentlich immer später, weil es einfacher ist. Aber hier scheint es nicht sehr schwierig zu sein. Mal schauen. Gibt halt keinen Grund, sie hier zu entwickeln. Außer ich will mit ihnen kämpfen. Wer ist die Website, mit der du die Pokémon abkreuzt? Ausrufezeichen Origin Decks. .com Candy Mountain, du bist ein Gekker-Bohr. Hallo, Kazon. Hallo, Kazon. So, wer weiß, wie das heißt. Kazon, wie heißt es? Elektro-Irgendwas, ne? Halt das Elektro-Fossil. Pescagon ist, glaube ich, immer mit Fisch. Ah, vielleicht ist es Elektro-Gon einfach. Elektro-Gon, ne? Wie ist das mit dem Sigat? Was soll da sein? Was willst du da wissen? Man fängt es und dann hat man es. Verschiedene Formen. Das ist auch Ansichtssache. Es gibt's. Verschiedene Formen. Genau genommen 5 Formen von Saigard. 10, 50%, 100%. Und weil 10 und 50% nur mit Schar-Wandel 100% werden können, sind es die 2 noch dazu. 100% Saigard kann man nicht besitzen, weil das eine Kampf-Entwicklung ist. Oder eine Kampf-Form ist. Den kann man nur 4 besitzen. Und streng genommen, so wie auch bei Wuffel, ist Schar-Wandel eine Spezialfähigkeit, keine versteckte Fähigkeit, sondern eine Spezialfähigkeit, die einen Formwechsel ermöglicht. So wie bei Wuffels auch. Deswegen ich das 10% mit Schar-Wandel brauche, das 50% mit Schar-Wandel und 10% Aura und 50% Aura. Das heißt, man braucht 4. 4. Die Frage ist nur, wo fängt man sie? Fange ich 4 Stück in XY, ändere die Fähigkeit oder halt die Form quasi dann in Sonn und Mond. Das erste Mal, dass Siegard vorkam, war in Gen 6. Aber genau genommen sagt man auch, naja, das erste Mal, dass die Form 100% vorkam, die Schar-Wandel-Form das erste Mal vorkam, war in Sonn und Mond. Warum also nicht Siegard mit Schar-Wandel in Sonn und Mond das erste Mal fangen? So hätte ich es gemacht. Ich hätte 2 gefangen in XY und 2 gefangen in Ultra-Sonne und Ultra-Mond. Und dann, ja, fertig. Steht dann aber aus Alola. Natürlich steht er aus Alola. Da braucht man nichts probieren. Das ist schon klar, das ist ja die Frage, so wie man das halt dann machen will. Hallo Scoutly. Bekommst du eigentlich Dusk Lycan Rock? Habe ich schon. Du brauchst ein Event Wuffels. Dieses Event Wuffels hat die Spezialfähigkeit. Und dann entwickelt sich das zu der Zwielichtform. Wenn du das nicht hast, ist es jetzt nicht mehr möglich, das zu bekommen, weil das muss dir jemand schenken. Deswegen habe ich ja... Wann war das? Am 1. April war das? Deswegen habe ich ja am 1. April Eier verteilt mit der Wuffels Event Form. Okay, also das war nicht der richtige Weg. Wenn du kein Event Wuffels aus Gen 7 hast, musst du jemanden finden, der eins hat. Und der muss dir das tauschen. Aber tauschen geht inzwischen nicht mehr online, sondern ihr müsst euch dann in Person treffen. Haben wir alles vorher gesehen. Das hat zum Glück eine liebe Zuschauerin mir gesagt, die Angel. Du weißt schon, dass wenn online abgeschafft wird, kannst du kein Event Wuffels mehr bekommen. Und dann haben wir sofort diese Quest gestartet. Da ist sie. Was war das? Lady Bar. Falls ihr gesehen habt, ich habe es jetzt geschafft, alle Software Dexes zu füllen in Pokémon Home. Das hatte ich ja dann getweetet und gepostet. Aber ich habe dann am nächsten Tag mich hingesetzt und habe sogar die Fähigkeiten grindet. Was relativ einfach war, dank Pflaster. Ich musste, glaube ich, zwei in Schwert und Schild die versteckte Fähigkeit geben. Und die restlichen sechs oder sowas habe ich dann in Kamesin und Purpur benutzt. Eine rotes. Die sind alle weiblich, ne? Ja, die sind alle weiblich. Dann fange ich dich. Und ich weiß. Blau. Blau ist das. Ne, weiß. Weiß wird zu asozialen. Was hast du? Rot. Rot. Es gibt kein Rot. Achso, Rot ist normal. Weiß ist nur ein Prozent. Oh nein! Hat für drei Weiße zwei Stunden gebraucht. Das geht ja noch. Was mit Erzwinger? Hast du Erzwinger probiert? Geht Erzwinger in Gen 6? Das sollte gehen. Wir können Erzwinger probieren. Wenn ich es dann mache. Erzwinger erhöht die Wahrscheinlichkeit von seltenen Pokémon. Wir sind da nicht durch. Ich kann mal kurz gucken, ob Erzwinger immer noch in Gen 6 das macht. Aber ich glaube schon. Ich glaube nur Gen 5 war die Ausnahme. Erzwinger. Ich glaube dann wäre Pamtsche noch einfacher. Außerhalb des Kampfes. Besitzt das Pokémon an der Spitze? Ich muss auf Englisch machen. Pressure. Bulbapedia. Im Deutschen steht nur ein Satz. Und im Englischen ist der Satz um einiges genauer. Genauer. Ja. Generation 5 und höher. Ich sollte einfach mit Erzwinger die 1% Slot nach oben packen und dann wird es, keine Ahnung, zu 20% oder so. Das sollte gehen. Also wir probieren das mit den, mit den Pumpgins und den Fluets. Es gibt für alles eine Taktik. Für Leufeo machen wir Schambolzen. Achso, ich war gerade im roten Feld. Das heißt hier könnten jetzt gelbe kommen. Trassler. Ja, ich weiß, wenn man jetzt Trassler fängt, dann kann man sich da das krasseste Gardevoir draus machen und damit kann man das Spiel einfach durchrennen. Sowieso. Wir werden eh durchrennen. Aber nicht mit dem da. Aber dann habe ich die Fähigkeiten gemacht. Und jetzt habe ich alle Fähigkeiten im Fähigkeiten-Decks von Pokémon Home. Das war sehr einfach. Ich war eh verwundert, dass ich so gut wie alle Fähigkeiten schon hatte, ohne nachzuschauen. Mir haben ja echt nur 8 Stück gefehlt. Hallo Grimm-Look. Aber dann gibt es noch den Attacken-Decks. Und der Attacken-Decks ist ganz schön asozial. Der Attacken-Deck sagt einfach, dass man halt ein Pokémon registrieren muss in Pokémon Home mit den Attacken. Also im Attacken-Deck sind alle Attacken drin, die... Ich weiß nicht, ob die es jemals gab. Das weiß ich nicht, ob die es jemals gab. Wobei, ne, ich weiß, da sind auch welche drin, die jetzt in Gen 9 gar nicht vorkommen. Also ich schätze mal Attacken, die es jemals gab. Oder zumindest wahrscheinlich seit... Seit Gen 6 gab. Und... oder halt immer noch in Gen 6 gibt. Aber das Krasse ist, da sind Attacken dabei, die ich nicht registrieren kann. Und nicht, weil mir irgendwas fehlt, sondern weil da Attacken drin sind, die nur Pokémon können, wenn sie fusioniert sind. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, Schattenlanze. Schattenlanze. Schattenlanze ist eine Attacke. Die kann nur, ähm... Wie heißt der kleine König? Kalirex. Koronospa. Wenn Koronospa auf, ähm... Polaros und... Polaros, Phantoros. Wenn Koronospa auf Phantoros sitzt, kann es die Attacke Schattenlanze oder sowas. Ja... Bringt mir halt nix. Weil ich kann Polaros... Äh... Phantoros... Das Reittier... Alter... Wollt ihr nicht? Kann ich mit euch? Also ich kann die nicht registrieren. Ich kann Koronospa nicht mit Pferd registrieren im Pokémon Home. Somit ist die Attacke unregistrierbar. Genau. Astralfragmente und Blizzardlanze. Das sind zwei Attacken, die sind in Home unregistrierbar. Weil es nur ein Pokémon kann, das im Kampf fusioniert ist. Check ich irgendwas nicht? Äh... Oder sind tatsächlich Attacken... Also ich meine, es ist klar, das ist ein Attacken-Deck. Da müssen alle Attacken drin sein. Da sind auch Attacken drin von weißes Kyurem und schwarzem Kyurem. Was man ja auch nicht in Home ablegen kann. Aber dann, 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 dann soll das halt registriert sein und nicht unregistriert sein. Weil jetzt steht da halt, sind da vier Attacken, die ich nicht abkreuzen kann. Weil ich die Attacke nicht hinterlegen kann im Pokémon Home. Weil das Pokémon nicht da reingepackt werden kann. Das ist ja ein bisschen gemein. Aber mir fehlen noch andere, weil es gibt auch welche, die gibt es nur in Gen 6 und Gen 7. Also da muss ich hier ein bisschen drauf aufpassen, dass ich bestimmte Attacken irgendwelchen Pokémon beibringe. Aber ich glaube, mir fehlen jetzt nur noch 18 Attacken. Und dann habe ich sogar den Attacken-Decks in Home voll. Wobei, ich werde ihn nie voll kriegen. Wegen Kyurem und... Voronospa. Ich glaube, noch irgendwas gab's. Ich meine, Necrozma... Aber Necrozma und Solgaleo und sowas haben keine... Hat keine extra Attacke. Das war echt nur Kyurem und... Kalirex. Kuronospa. Wie geht's weiter mit Deoxys? Ich weiß es nicht. Ich werde wohl offline weitermachen müssen. Was heißt müssen? Wollen? Mal schauen. Radkwa, du bist sexy, sexy, sexy schlapp. Kannst du Astralfragmente nicht durch Verbiegel bekommen? Das schreibe ich mir auf. Ich schreibe mir sogar deinen Namen dazu auf, weil du auf die Idee gekommen bist. Ich probiere das auf. John... Wie war das nochmal? Wie kann ich meinem Verbiegel... Weil die sind ja alle in Gen 9. Verbiegel ist Gen 9. Und... Und Koronospa ist auch mit Pferd in Gen 9. Nein. Muss ich da einen Doppelkampf machen? Ne, oder? Weil... vielleicht stirbt... Und das dann fangen. So, oder? Ich weiß nicht, ob es in Doppelkampf... Ne, in Doppelkampf ging es glaube ich nicht. Das ist immer die Attacke, mit der es... Leute, das ist es. Ob das aber Ilka bedacht hat? Wenn ja, dann smart. So, oder so geht's. Doppelkampf geht, aber ich kann auch einfach einen Verbiegel in der Wildnis suchen und dagegen kämpfen. Damit sollte das wirklich gehen und dann registriere ich einfach Verbiegel. Kann aber auch sein... Ich meine, hat das jemals schon mal jemand probiert? Kann halt auch sein, dass dann... Dass erstmal Verbiegel sagt Nö. Oder dass das Verbiegel nicht übertragbar ist. Es gibt so viele Sachen, die noch sein könnten, dass es einfach nicht vorgesehen war. Aber eigentlich sollte es gehen. Jetzt habe ich Bock das sofort auszuprobieren. Kopfnuss. Wer will Kopfnuss werden? Loseo. Verbiegel müsste nur Nö sagen bei schlummer Ort. Mit? Hallo Itaco, wann Gen 6? Jetzt. Wenn ich die Ländereinstellungen ändern will, kann ich keinen Service mehr nutzen, für die ich meinen Network-ID benötige. Aber... Genau die brauche ich für Home, oder? Anscheinend brauchst du die nicht für Home. Du kannst einfach, also um auf Home zu übertragen, musst du einfach nur den Code eingeben, der da angezeigt wird. Der Move geht nicht mehr. Auch Koronospa ist in Gen 9 drin. Ich habe es doch in einem Video drin gepackt. Die Skates sind ein bisschen zu schnell. Gelb. Die Fang-Pokémon wären auch nice hier. Mal schauen, ob Reddit irgendwas sagt. Wie nennt man die Pokémon auf Englisch? Pokémon. Pokémon. Good. Pokémon. Good to catch. Horlucha. Lucario. Pikachu. Das sind Trevenant. Grün. Äh, gelb. Jawoll. Oh-oh. Oh-oh. Jetzt muss ich dich aus dem Team raushauen, weil ich will nicht, dass du zu Vivian wirst. Lurki. Lurki. Bisalina redet um was ganz anderes. Wir reden nicht mehr über Home. Oder Bisalina zumindest nicht. Kannst du das bitte wiederholen? Äh, du musst deine Network-ID nicht haben, um auf Home zu übertragen. Du musst nur den Seriencode eingeben. Fertig. Pam-pam. Wo ist Pam-pam? Hey, hab mal ein Pam-pam. Dein Kind sieht aus wie ein Pam-pam. Und du hast noch ein Reitschul. Du hast. In welcher Website hast du immer die Liste, wo steht in welchem Game du genau die Pokémon bekommst. Wo du es mit Farben... Poké-Wiki. Google. Es ist einfach nur googeln. Poké-Wiki. Bulbapedia. Überall steht das, was du wissen willst. Google einfach Exclusive Pokémon. Dann ist der erste Link Exclusive Pokémon. Äh, wer Land-Duplex-Sieb? Scopic. Hallo IC. Ah, für Bank brauche ich doch die ID, damit ich Bank öffnen kann, oder? Weil ja mein Bank-Konto mit dem verknüpft ist, oder? Das kann sein. Das weiß ich gerade nicht, ob du Bank dann nicht mehr öffnen kannst. Das kann sein. Was versuchst du gerade? Du versuchst dein DS zu modden, dass er verschiedene Länder hat. Oder stellst du gerade einfach nur deine Region um? Das habe ich gemacht und da musste man nichts beachten. einfach in die DS-Einstellung gehen und die Region ändern und fertig. Nein. Oh, ich muss da durch. Wegen der Region, da ist die Warnung gekommen. Okay, also du hast nichts gemoddet oder sowas. Nee. Änder einfach die Region. Du brauchst keine Angst haben. Ah, ich bin auch nicht schuld. Ich bin nicht schuld. Aber du solltest einfach die Region ändern können. Du brauchst keine Angst haben. Aber ich bin nicht schuld. Hallo Asriot. Ich bin nicht schuld. Bei mir ging es. Aber ich habe das auch vor vier Jahren gemacht. Drei Jahren. Vier Jahren. Ich denke der DS ist Gaum Brut. Dann weiß ich nicht. Das sollte aber egal sein. Ich muss Pokémon weglegen. Du kannst deinen zweiten DS dafür opfern. Zum Beispiel. Du wirst sie nicht opfern. Das ist eine ganz normale Sache, die Region zu ändern von einem DS. Da ist nichts sketchy oder so. War es bei Pokémon schon immer so, dass man die ganze Zeit kämpfen muss? Was? Boah. Ich will doch nur sammeln. Ich will doch nur sammeln. Ich will doch mal an. Ich will doch nicht rein. Also bei mir ging das sehr wohl, Mariko. Ich habe den Spielstand von meinem XY gelöscht. Ich bin in die Einstellung von meinem DS gegangen, habe dort auf zum Beispiel Afrika gestellt und auf irgendein Land, habe dann X gespielt, habe einen Pummel gefangen, habe das entwickelt zur Vivillon, habe dann gespeichert, habe meinen Pokémon Bank gestartet und habe dieses Vivillon von Bank auf Form übertragen. Dann habe ich meinen X-Speicherstand wieder gelöscht, habe die Region geändert auf Island, habe wieder weiter gespielt und das habe ich stundenlang gemacht mit 16 verschiedenen Vivillos. Wenn sich seitdem irgendwas verändert hat, okay. Oder wenn das anders ist, wenn man einen gemoddeten DS hat, okay. Aber normalerweise ist ein Regionwechsel, hat keine Konsequenzen. Mit dem Mover hat er es mit mir abgelehnt. Okay, Mover, wir reden aber von Gen 6, das ist kein Mover. Ich weiß nicht, wo du unter Gen 6 das benutzt hast. Aber bei Mover weiß ich nicht, den habe ich nie benutzt. Für verschiedene Regionen. Ich habe einen gemoddeten DS, da hat der Region selbst funktioniert. Der Ullopoto hat es auch funktioniert. Und übrigens ist mein DS auf Irland gestellt, aber mein Netzwerkkonto ist deutsch. Und ich konnte Mover die ganze Zeit benutzen, die letzten Jahre. Ich bin schon viel zu stark. Ich glaube, ich will nicht mehr Rollerskaten. Ich sollte zurück, egal. Ich muss eskortiert werden zu der Arena. Die M-Rücke. Illumina City. Aus irgendeinem neueren Spiel kenne ich doch diese Stadt. Ob die Grafik ein bisschen besser sein wird? Da steht ein Koffer. Mein Gott. Es ist soweit. Endlich Koffer. Der hat aber echt, es ruckelt null. Also. Ich hatte ganz andere Bedenken. Quaffi. Wüff. Natürlich macht es Wüff. Wüff. Wie die Kamera sich dreht. Wüff, wüff. Äh. Ist das da Arena? Ich hätte gerne ein Pokémon Center. Ich finde die Kamera ja viel zu nah dran hier die ganze Zeit. Und jetzt ändert sich nichts. Und jetzt ändert sich nichts. Was? Warum? Ändert die Kamera. Ich will in die andere Richtung gucken. Mh. Ist das ein Pokémon Center? Nein. Ändere die Kamera. Mh. Ah. Wie, wenn man fix steht, dann geht's? Check ich nicht. So kann ich die Kamera ändern. Okay. Okay. Ja. Das ist die Stadt aus Z. Wieder nachgemacht hier alles. Ich glaube ich muss zu Professor Platern zuerst. Es wird gelabert. Nein, musst du nicht. Aber ich bin es. Ich bin ein Troublemaker. Endlich treffen wir uns. Eben, ich habe schon Pokédex 37 Pokémon habe ich schon gesehen. Wie? Was? Ich bin nicht sonderlich stark, hat er gesagt. Du brauchst in der Stadt nicht die Flott und die Termo Bälle abholen. Jetzt kriege ich eins nur den Starter hier. Ich meine, niemand muss die Timer-Bälle und Flott-Bälle abholen, oder? Aber wir sind halt praktisch. Ist das eine gemeine Quest hier? Ist das so hart wie Kurt? Alter. Jemini. Ich glaube, Flubby-B entwickelt sich so früh, oder? Schickle. Soll ich mich heilen, oder soll ich... Ich heile mich ja schon. Ich heile mich, oder? Ich heilig, oder soll ich mich heilen, oder? Ich hab mich heilig. Ich heile mich, oder? Dann ist es eine Art Lauch. Das ist stärker als... Kannst du verwirrt sein? Oh, wie geil! Yes! Oh, Glumanda! Welchen von den 3 nehme ich denn jetzt? Sollte ich diese Kack-Evolit-Stein-Sache machen? Ich meine, in X kriege ich den X-Glurak und Y im anderen. Ich schätze, ich kann die anderen Starter auch im Laufe des Spiels bekommen, oder? Weil sonst müsste ich ja das Spiel... Sonst müsste ich ja das Spiel allein dreimal durchspielen nur für die 3 Starter. Das kann ja gar nicht sein. Ich glaube, ich nehme Glumanda. Kannst du die Steine kaufen? Mir geht es um die Pokémon. Kriege ich einen Bisasam auch im Spielverlauf, oder ist das das einzige Bisasam, das es gibt? Kannst du nicht? Das ist genau genommen, um einen Mega-Bisasamen oder Bisa-Floa, Mega-Turtok und zwei Mega-Gluraks zu haben, muss ich das Spiel dreimal spielen? Ja? Das möchte ich dir spontan nicht glauben. Und ich fact-checke das sofort. LUMINA CITY Geschenk Schade. Auch Bisa-Knosp? Kontakt-Safari. Ha! Kontakt-Safari geht auch. Was wollte ich? Trugschlag. Wer kann alles Trugschlag in Gen 6? Keins. Keins. Kein Gen 6 Pokémon kann Trugschlag. Durch TM. Durch TM. Durch TM. Oh, Froxy. Nee. Kann es nicht. In Gen 6 kann es nur... RTM. Einige. Ressladero. Ressladero soll anscheinend ein gutes Catch-Pokémon sein. Aber warum? Kann Ressladero sowas wie Hypnose? Scanner Ruheort. Es kann keine Donnerwelle. Es kann keine Hypnose. Aber es könnte Trugschlag. Es sind nicht viele Pokémon. Vielleicht brauche ich überhaupt keinen Fang-Pokémon. Mein Team ist voll? Hallo Akuma. Oh ja. Gluchaknit. Wenn... Ist die Frage, wenn ich noch irgendwie diese Mega-Sache mit rein tue. Reicht es mir das Item zu besitzen oder muss ich zu dem Item auch immer das Pokémon haben? Das muss ich dann überlegen, wie meine Regel ist. Weil mit Pokémon aus Gen 6 dann... Dann wäre es ja wirklich... Achso. Dann muss ich ja wirklich dreimal hier das Intro spielen, um den Starter zu kriegen. Und dann den Stein kaufen. Aber es ist ja nicht so weit weg. Man kann schon locker hier hinspielen. Man kann hier durchrennen. Nur dann ist man zu schwach, um ihn zu besiegen. Nee, geht schon. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ob ich es mich schwerer machen muss. Viermal. Ja, aber ich spiele ja auch Y. Und da kriege ich dann Glumanda Y zum Beispiel. Können wir gehen oder stehen wir da noch ein bisschen rum? Hallo? Wer sind eigentlich die Bösen hier? Lass mal... Hey, wie heißen hier die Bösen? Ah, Flair. Da ist er. Da ist er. Du bist böse. Flodelis ist böse. So viel weiß ich. Zigardekern. Du bist böse. Es ist schon nicht so smart gewesen, in Gen 5 den Rivalen, wie hieß der nochmal? Genauso aussehen zu lassen. Oder jetzt Flodelis so aussehen zu lassen wie den Gen 5 Rivalen. Ich dachte immer, es sind die gleichen. Hallo Qs. Was? Ich brauche ein Pokécenter. Ich muss Pokémon ablegen. Alle. Oh, hier. Oder doch den will ich ja trainieren. Glumanda muss definitiv weg. Die kleinen kann ich auch wegmachen. Aber ich glaube, ich nehme Skoppel mit und Leufeo, die können sich ruhig entwickeln. Aber was Skoppel? Nicht sogar eine Freundschaftsentwicklung oder so ein Dreck? Skoppel ist 3,20. Also ob du das auswendig wusstest. Svan. Wir gehen ins Café gehen. Oh, Flordelis. Jantha. Das war die letzte Arena-Leiterin, glaube ich. Schöpfer-Leiterin. 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 Untertitelung. oder war sie sogar top 4? oder war das einfach die Arenaleiterin von Illumina City? Gibt es hier eine Arena? Gehen wir weiter fangen Gehen wir nicht weiter, ich glaube ich gehe einfach entweder, wir haben gesagt links, also hier glaube ich geht es weiter, ja Route 5, Tiesto, das ist ein DJ, wie heißt der? Tieno, Tiero Warte, da steht sogar eine fette 5, oha Muss ich mir merken? Ich habe mich immer in Illumina City so krass verirrt Mr. Miteinander? Die O-Kraft? Oh nein Lucky Power Was ist O-Kraft? Was ist O-Kraft? Ist das hier unten? Kampfplaza, Wundertausch, Glückssignal Passanten Ah, super Training Diantha war top 4 Hm Hm Was ist da unten? Street Pass Multipass Glückssignal Also irgendwie kann ich meine Weil nach rechts Also irgendwie kann ich halt Kraft und Was ist das? Gott, das stimmt Gott, warum hatte ich das so viel gemacht? Für irgendwas habe ich das gemacht? Für irgendwas habe ich das gemacht? Ich weiß nicht mehr für was Für was habe ich das gemacht? Als ich XY Casual gespielt habe Manche entwickeln sich nur damit deine Pokémon besser werden? Ne, das hört sich nicht nach mir an Das habe sicher ich nicht gemacht Nicht dafür Warte, warum habe ich das gemacht? Warte, warum habe ich das gemacht? Ich glaube man kriegt irgendeine Art von Geld dadurch Oh ja, ich erinnere mich an Super Training, ja Und die muss ich streicheln Und die muss ich streicheln Sagen wir mal hier Ich habe dieses Fußball rumkicken So viel gemacht Nicht super viel Aber ich habe es eine Zeit lang gemacht Aber ich weiß nicht mehr wofür Ich glaube es war einfach Um Freundschaft zu kriegen Um Pokémon zu entwickeln Oh, Items gibt es da Irgendwas habe ich gegrindet Um irgendwas zu kriegen Prani, hallo Du bist ein Knackrack Juniper Du bist ein Scheimen Schon wieder ein Scheinen Ich glaube fast ich habe so eine Freundschaft gemacht Lucario Das kriegen wir doch geschenkt, ne? Hamke, du bist ein Snowbeelikat. Hallo Hamke, was geht? Ist das nicht hier die super lange Straße mit den ganzen, dieser Burg? Oh, hier. Hab ich gar keine Tricks? Oh, das gab's doch. Es gab doch so Tricks. Was macht das Amphi-Dizzle da unten? Irgendwie konnte man doch so Tricks oder so machen. Irgendwas, egal. Schauen wir, was hier drin ist. Fancy Tier 3 Emotes? Ja, die Prani hat das Cap, Ditto. Ein Quaff-Waff! Herr damit! Im Moment habe ich vor, einfach alle Quaff-Waff einzeln zu fangen und auf Home zu packen, in der Hoffnung, dass wir in Legends Zah dann die Form ändern können für Home. Weil ich werde natürlich nicht meinen Pokémon Go benutzen. Ich meine, ich habe da so gut wie alle einen Pokémon Go aus den verschiedenen Ländern. Zwei fehlen mir, glaube ich. Mit meiner OT. Aber bis Zah rauskommt, werde ich sicher nicht nach Ägypten und Amerika gehen. Wie viel musst du total fangen? Äh, ich hatte das aufgeschrieben irgendwo. Also, äh... Der will grad nicht. Äh, sieben, vierzehn, einundzwanzig, achtundzwanzig, fünfunddreißig, zweiundvierzig, neunundvierzig, äh... neunundvierzig, sechsundfünfzig, dreiundsechzig, vierundsechzig, vierundsechzig, sechsundsechzig, 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 neunundsechzig, Sixtynein! Plus Formen. Aber es sind nur neunundsechzig verschiedene Pokémon plus mystische plus verschiedene Formen. Die verschiedenen Formen sind einige, aber es sind nur neunundsechzig stinknormale Pokémon. Ich will dir nicht wehtun. Ich tu dir ein bisschen weh. Ich hoffe, dass Twitch die Tier 3 Preise nicht auch erhöht. Ne, glaube ich nicht. Die haben sich noch nie geändert. Leck ihn doch ab! Das geht nicht. Man kann Hunde nicht lecken. Wow. Okay. Nein, nicht die Augen. Quaff, nicht die Augen. Slap it. Gott ist schwach. Skoppel, du loser. What? Die Kohle Augen. Die waren's. Ist ja auch normal. Ja und? Normal hat's keine Schwäche. Äh, also keine Stärke meine ich. Was ist mit dem? Krass. Okay, wir gehen auf die Fallen. Wir holen unser Leufeo. Oh mein Gott. Er hat sich schon so früh dazu greifen muss. Nicht die Kohle Augen. Jetzt verbrennt's und stirbt. Krägt man hier schon XP durch Fangen? Ich glaub in Gen 5 hat man nix gekriegt fürs Fangen. Untersteh dich. Alter! Vielleicht brauchen wir doch ein Fangen-Pokémon. Das gibt's ja nicht. Läuft die Taschen-Monster-Jagd. Sehr gut. Wir haben schon einen gewerf. Das kann ich sogar in mein Team tun. Das entwickelt sich eh nicht. 200. Ja, man kriegt EP für Fangen. Geil. Ich weiß nicht, ich glaub in 5 war das noch nicht so. Apropos, ich wollte irgendwann ein Video machen. Rauchwolke? Achso, Amphi. Amphisel lernt Rauchwolke. Das kann schon hilfreich sein. Ist Pfund besser als Rückzugheb? 40. Oh, ist genauso. Warum habe ich Pfund? Ich wollte ein Video machen, in dem ich die Gens durchgehe und bei jeder Gen sage, was quasi im Vergleich zu davor sich geändert hat. Wie zum Beispiel Gen 6 hat den EP-Teiler eingeführt. Gen 7 hat einen EP-Teiler eingeführt, den man nicht ausschalten kann und so weiter. Ich würde gerne ein Video machen, wo man die Gens durchgeht und dann wirklich sieht, oh krass, Gen 1 hatte noch nichts und dann wird es immer krasser. Ich glaube nur, es könnte cooler sein, wenn ich rückwärts gehe. Also anstatt zu sagen, weil Gen 1 kann halt nichts. Und ich stelle mir das langweilig vor zu sagen und dann kam das dazu und dann kam das dazu und dann kam das dazu und dann kam das dazu. Sondern ich würde von hinten anfangen und sagen ... ... nicht auf alle und sagen okay wir sind in Gen 9 wir kennen die Regeln von Gen 9 Fee existiert Stahl Unlicht existiert wir haben keine Ahnung Shiny Logs und so weiter und dann zu im Vergleich zu Gen 8 was kann Gen 8 weniger als Gen 9 was kann Gen 7 weniger als Spannendere Erzählperspektive als dauernd quasi Poke Wiki vorzulesen was hinzugekommen ist aber ich weiß es nicht das war nur eine spontane Idee einmal Hallo Maja Mino nein Gab es hier schon die SOS Methode es gibt hier gibt es hier diese Massen die so kommen ich weiß es alles nicht oh er lernt Lehmschuss Lehmschelle die Idee vom Rückwärtszählen finde ich gut am besten fände ich noch mit Grafiken also selbstverständlich Grafiken was soll man denn ohne Grafiken ist ja langweilig Horden gibt es hier und Radar Radar heißt es genau aber SOS von wegen das Pokemon dass diese Massen neue Pokemon rufen das gibt es hier noch nicht weil das ist Gen 7 oder Hallo Ultramagnos genau das gibt es hier noch nicht okay weil da gibt es ja was cooles in Usum dass man so ein Brutalander auf Level 12 oder so hoffen kann dass es kommt das will ich machen ich hoffe nur dass es hier irgendwie auch sowas gibt was habe ich gerade umgebracht Quereinsteiger heißen die soll ich jetzt jedes Quaffer fangen das ich sehe wenn es ein Ruckzuckhieb überlebt was es nicht tut ich habe jetzt um x mal deine Origin Decks Videos geschaut so toll Dankeschön das hier wird das sechste und am Mittwoch kommt Garados Level 1 raus ist schon auf Patreon am Mittwoch kommt es auf YouTube wie ich ein Level 1 Garados gefangen habe es hat sehr viel Theorie drin aber ich habe wieder Sachen rausgelöscht die am Endeffekt dann glaube ich zu much waren aber ich finde es interessant wie man ein Level 1 Garados bekommt ich habe das Garados Video gesehen ist super Dankeschön ich glaube mein Shiny Brutalander ist Level 9 du hattest es sogar in Shiny dann ich dachte 12 oder so war das geringste einstellig ist natürlich noch besser Kampfgebrüll ist das Garados legit selbstverständlich Level 1 Garados kannst du ganz legit fangen das waren zwei ich habe noch gar nicht abgekreuzt äh quaff 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 ah quaff und dann gehe ich einfach mal die Liste hier unten die quaff quaff Liste einfach 1 zu 1 ja die ist das die die ich hier markiert habe das sind die die ich in Go habe mit meiner OT und dem Pokéball und männlich das ist das ägyptische da muss man in Ägypten sein das hier habe ich leider nur in weiblich weil ich in dem Moment wo ich da war konnte ich hatte ich kein männliches quaff quaff übrig das ist französisch und das ist amerikanisch glaube ich genau also ich demack hier mal alle und gehe die jetzt einzeln durch weil Go ist nicht die Lösung Go ist Go kann nie die Lösung sein zeig mal bitte größer ne Moment ist vorbei was ist was ist denn größer ich kann es nicht größer machen würde lieber alle in XY fangen weil Scone nicht zum Origin Dex gehört ja nur in XY kannst du nicht die Formen haben deswegen fange ich alle aber ich hoffe dass sie in ZAR alle drin sein werden okay die Rauchwolke an erster Stelle muss ich weg machen dann glaube ich nur drei Pokémon zugelassen jup drei Formen Hallo Maure Dieven Aquabelle verwirrt ziemlich oft sogar I like wie ich sehe wurde der objektiv beste Gen 6 Starter gewählt ja mein Liebling ist Finks aber die Leute haben gesagt Quajutsu ist besser also kann mehr ist besser fürs Spiel Eltern und Melmetal ja aber hast du das eigentlich gemacht dass du sie über Let's Go übertragen hast damit das Go Symbol weg ist Greninja ist nur mit der VF geil die haben wir nicht oh das geht jetzt nicht zu schnell geht nicht das blöde Gearspenster diesen Go Stempel jup 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 Finks Ohrhaare irritieren mich viel zu krass aber das ist wirklich bei Füchsen so die haben solche die haben Haare Katzen auch Kadabra das war peinlich kann ich hier abgehen oh yeah meisterball fast nur könnten die Ohrhaare als eigenständige Gliedmaßen durchgehen kennst du nicht den Manga bo 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 wo ein Mann seine Nasenhaare zum Kämpfen benutzt Dave Geowatz nur für dich ein Geowetzchen Geimgang verdammt Geowatz 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 Man rollt nicht mal hier 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 kommt der Meisterball Oh eine Beere. So cool, das heißt man sieht, man muss es nicht nur ansprechen, man sieht, ob da eine Beere hängt oder liegt. Also hüpft dieses Amphidizzle da unten so krass rum. Ach, das hüpft immer, wenn ich mich bewege, hüpft es auch rum? Warum hat es so eine Torte über sich? Sie ist hier so eine Liebe. Kämpft. Eben, warum hüpft der so? Er hat Hunger. Das kommt schon klar. Hunger ist ein Gefühl und Gefühle kann man unterdrücken. Für nächstes kann in XY noch Beschwörung. Oh, okay. Ich kann Rauchwolke. Es gibt hier auch versteckte Items, oder? Daniela, du musst nicht jeden Rechtschreibfehler korrigieren. Ich kann deinen Satz auch so lesen. Korrektur ist anstrengender als wenn du hua schreibst. Huah. Ähm, mehikel. Natürlich gibt es versteckte Items. Es gibt immer versteckte Items. Wobei, heutzutage gibt es nicht mehr wirklich versteckte Items, weil sie einfach glitzern. Mehikel ist ein großartiger Name. Ich liebe so Namen, die so deutsch sind. Mehikel. Starawikel. Geweia. Schlup. Oder da ist lila, heißt das? Da gibt es lila Fluids. Hm. Oh, du. Nein. Okay. Es fällt mir nur ein, das zu denken. Voltilam. Voltilam klingt nicht so geil. So, mehikel. Da hörst du einfach den, 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 den Bauer am Land schreien. Achim. Hol mir das mehikel. Kopfnuss. Wer will Kopfnuss? Quaffa will Kopfnuss? Kriegst du ja. Wir haben ja gerade den Fridolin besiegt, by the way. Muss ich da springen? Wie springt man? Probieren wir mal A aus. Mehikel. Bist du männlich? Bist du männlich, mehikel? Du bist männlich. Du gehörst mir. Du überlebst eine Aquawelle. Tut mir weh. Idiot. Oh mein Gott. Mehikel, bleib drin. Lass, Leos meint wissen, dass du seit 21 Monaten leidest. Maori, und nur du kannst deinem eigenen Leid ein Ende machen. Vielen Dank für 21... Nein. Vielen Dank für 21 Monate, Maori. Selber schuld. Mäh. Mäh, Hikel. Wati. Ich würde dich mitleiden lassen, wenn ich... Ich würde dich mitleiden lassen, wenn ich gehe. Ja, natürlich. So, springe ich jetzt da? Hüpf. Okay, cool. Wie springt man? Oder geht das gar nicht? Hüpf. Ich habe nichts anders gemacht. Hä? Hä? Heißt das, ich brauche einfach nur mehr Anlauf? Baby, ja mache ich am Ende, ja. Dafür muss ich meinen DS manipulieren, irgendwie. Warum bin ich über diese Lücke drüber gekommen? Wahrscheinlich muss ich schneller sein. Und ich habe mehr Anlauf genommen. Monty. Beduf. Jetzt rollt dein Frosch auch noch. Soll ich die Anzeige wechseln? Ich finde, das sieht eigentlich ganz witzig aus. Ein Tamagotchi. Nur dass wir es nicht anfassen. Myraplan. Oddish. Ich meine, ich bin schon Level 22 einfach. Maury, du bist ein Dummi-Miesel. Drei Segmente. Es sind immer drei Segmente. Hat er zu viel Spaß, mein Amphi-Dizzle. Amphiesel. Er hüpft, er hüpft, er hüpft. Ah, und er rollt, wenn ich skate. Je nachdem, in welche Richtung ich fahre, rollt er in die Richtung. Ach, das soll der, ach, das soll den Pokéball darstellen, in dem sich das Pokémon befindet. Ich schüttelte es quasi im Pokéball hin und her damit. Wieso so dumm? Lila. Daniel, du bist ein Phinexis. Geil. Ohrhaare, ganz viele, ganz dicke. Boros Maximus. Ich brauche noch ein Skoppele. Ich fange das nächste. Ich habe gerade durch Zwiefall den Stream gefunden und finde es total toll, dass es noch Leute gibt, die meine Lieblingsgeneration spielen. Hi. Rieren. Rie. RNG. Rie? Das ist ja krass. Es ist selten, dass Leute random den Stream finden. Die meisten sind wegen YouTube hier. Ich kann nicht sagen, dass Gen 6 meine Lieblingsgeneration ist, aber vielleicht wird sich die Meinung ändern, wenn ich hier durch bin. Wir machen nämlich ein fettes Projekt. Ich fange jedes Pokémon in deren Gen, in der es das erste Mal vorkam. Und wir sind in Gen 6 angekommen. Ich glaube, es kommt kotzend einfach mit so Gehirnerschüttern aus dem Ball jetzt raus. Ähm, ich habe Gen 6 einmal gespielt, vor vier Jahren, als Nasslock. Habe ich es geschafft eigentlich? Ne, ich habe glaube ich bei den Top 4 bin ich drauf gegangen. Aber wenn es deine Lieblingsgen ist, vielleicht hast du ja dann einen Vorschlag, ob man hier irgendwas besonderes machen könnte, was irgendwie besonders ist. Irgendwas krasses. Irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas, wo man sich denkt, wow, das geht in Gen 6? Ich mache gerade sowas ähnliches. Ich versuche gerade alle Gen 6 Pokémon in Shiny zu bekommen. Ja, das ist, äh, das dauert, ja. Ich meine, Fischen soll sehr gut sein für Shiny, oder? Shiny Fishing soll hier sehr krass sein. Und ansonsten machst du wahrscheinlich Radar, oder? Das dauert natürlich. Was haben wir hier? Okay, tatsächlich. Gut. Ich immerhin schon ein Shiny-Arm-Fizzle und ich verzichte komplett auf Radar, das mag ich nicht. Oha, oh, meine erste Gruppe. Kenn ich die alle? Das ist schon, das sieht schon ein bisschen einschüchternd aus. Jetzt so ein Surfer. Geht es hier? Wo war das, wo das nicht ging, was mich so aufgeregt hat? Legends Arceus konnte man keine Flächenattacke machen. Aber Aquavella ist eh keine Flächenattacke. Schauen wir, wie weit wir kommen. Wir machen mich jetzt fertig, glaube ich. Das heißt, du hast ein Shiny-Arm-Fizzle. Das heißt, du hast dieses elendige Intro, wo es ewig dauert, bis du endlich deinen Starter auswählen kannst und dann ein Menü anschauen musst. Das hast du schon hingekriegt. Das ist nicht schlecht. Machst du das mit dem Kanto-Starter auch? Ach, nee, 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 nee. Ich habe schon 18,5% aller Pokémon als Spirit gehabt. Nice. Ich finde es erschreckend, dass ich... Wobei. Ich soll gerade sagen, weil ich habe ja diese 100.000 Eier Challenge. Und da bin ich jetzt bei 11%. Ich habe 11.000 Eier bisher ausgebrütet. Aber ich bin weit unter Otz. Das ist voll krass. Ich bin irgendwie bei 480 Otz. 1 zu 480. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel Glück habe da. Jetzt wird dem kleinen Cooler-Boy nicht gefallen. Flüchten wir? Ja, flüchten. Nach 58 Resets nur, da habe ich ja mehr gemacht und aufgegeben. Ich habe, glaube ich, 400 Finks Resets gemacht. Jetzt sitzt du an Glomander, also machst du doch Kanto. Ach krass. Ich dachte, vielleicht willst du nur die Gen 6 Pokémon in Shiny. Aber du willst alle in Shiny. Du bist des Wahnsinns. Du bist des Wahnsinns. Hey, die Lehmstelle könnte sogar ganz geil sein. Ich bin nicht so geil, wie ich gekauft habe. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich bin 5 Level Stärke am Boden. Gift. Hallo? Ich liebe einfach Glurak. Nicht nur du. Also ich nicht. Aber sehr viele Leute lieben Glurak. Hallo, Runny. Wie war's? Ich muss jetzt an allen vorbei kurz und dann... Ah, okay. Aber meinst du, das ist der Ernst, Maury? Du willst eine Million Eier ausbrüten? Du bist bei 30? 30.000. Gestern war gut. Nice. Ja, 30. Ganz simpel, 30. Wie viel Shinies hast du... ...oddsmäßig nach einer Million? Lass uns keinen entgehen. Wenn wir mit Leon noch keine Intervention gemacht haben, werden wir es auch bei dir nicht tun. Wünsche dir ganz viel Glück. Was? Ihr wollt dafür sorgen, dass ich aufhöre zu Shiny hunting? Ich mein, ich hab Deoxys erstmal sein lassen nach 27.000 Resets. Ne, ich werd da schon weitermachen. Bye, Dave. Gefühle kann man unterdrücken. Wobei, ich hab auch Hunger. Ich komm mir gleich... Wobei, es ist schon halb sechs. Ne, ich komm mir gleich einen Snack. Ich hab heute nur ein Müsli gegessen. Ich muss abnehmen. Nach diesem Intro, was ich gefilmt habe. Das sieht ja sch... Ich muss so krass abnehmen. Was ist mit Manafee? Das Manafee war nur dieser eine Monat hier und da. Das steht ganz hinten auf der Liste. Quatsch. Daniela, ich bin kein kleines 15-jähriges Teenie-Mädchen, dem man sagen muss, nein, nein. Du bist... Es sieht schon okay aus. Keine Angst, du bist so schön, wie du bist. Ich bin ein erwachsener Mann, der dick ist. Alles gut. Du musst nicht... Du musst nicht meinen dicken Körper schönreden. Das macht meine Freundin schon. Aber nicht genug. Äh... Wo ist Arena? Ist hier eine Arena? Ist hier keine Arena? Ja doch. Vielleicht die fette hier. In den Stream siehst du nicht dick aus? Ja, ihr seht auch meinen Körper nicht. Ich habe schon eine Decke gehäkelt, die sechs Stunden gedauert hat. Ich werde also nichts dazu sagen, wie jemand seine Zeit verbringt. Sechs Stunden lang eine Decke gehäkelt. Ist hier wenigstens ein Quadratkilometer groß. Du hast fast 2000 Eier Shinies, wenn du eine Million Eier brütest. Moment mal, wenn du eine Million Eier brütest, solltest du definitiv jedes Pokémon ausgebrütet haben in Shiny. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Oh ja. Krass. 2000 mal 500 ist eine Million. Also, ganz einfach. Wenn ihr jedes Shiny haben wollt, außer Legis, könnt ihr jedes Pokémon brüten. Und nur nach weniger als eine Million Eier solltet ihr statistisch gesehen jedes Shiny besitzen. Wollen wir zur Route 7 gehen? Ja, hier ist nichts. Unten ist 7. Leo will lieber hören, der Stepper hat immer best... Der Stepper hat bestimmt schon Sehnsucht nach dir? Ja, halt wirklich. Ich glaube, ich gehe jetzt am Anfang auf den Stepper, dann mache ich Pushy-Pushy-Kraft und dann gehe ich wieder auf den Stepper. Der Stepper muss gesteppt werden. Das kann nicht angehen. Schade, dass man keine Legis breiten kann. Ja. Stell dir vor, 30 Boxen voll mit Babyzaptus. Du bist Don Corleone. Was machen wir hier für einen Quatsch? Bären. Noch eins von meiner Highlights. Gestern war übrigens Frank Carter noch nie gehört. Frank Carter. Ist das der Bruder von... Wie heißt der? Backstreet Boys. Carter. Wie ist der? John? Aaron. Aaron Carter. Nick Carter und Aaron Carter. Stimmt. Und deren Freund ist Frank Carter. Hier kann ich schauen, ob ich einen grünen Daumen habe. Habe ich nicht. Aber ich habe einen. Wundersart. Noah Night Raven. Du bist ein Armi-Genta. Oder? Armi-Genta. So, hier ist nichts. Lord L. Was ist das? Oder ist da schon der Horde? Müssen wir irgendwas breiten? Starter halt vielleicht. Magnum Opus Palast. Ende von Route 6. Nio. Ich glaube die coolste... Ist aber eine Z-Attacke, ne? Die coolste Z-Attacke ist die von Relaxo. Wie ist er auf einen zustürmt. Hätte ich mich Stinker nennen sollen? Ne, ich bin der Lord. Das kleine Mädchen da kann mich schon höflich ansprechen. Hier gibt's der Grammokles. Hmm. Im hohen Gras. Geh mal kurz gucken. Genau, am Ende hat jedes Pokémon die ein OT Lord L. Oh Gott. Kanon. Sinkt, sinkt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke? Was heißt das? Dass auf meiner Seite mehrere Leute stehen müssen? Also mehr... Aber alle anfieseln? Oder alle machen Kanon? Wenn alle mit Kanon angreifen. Wann passiert das denn? Wann passiert denn das, dass jeder mit Kanon angreift? Aber ja, Ruck-Zuck-Keep. Ich werde das eh nicht einsetzen. Ne, ich will Ruck-Zuck-Keep behalten. Da kann ich vielleicht wenigstens schwache Pokémon fangen. Ähm. Zu situativ, genau. Ja, Doppelkampf. Klar, aber wann, 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 wann? Ist das eine Taktik, die Leute echt machen? Hier gibt es so einiges. Gucken wir mal. Peinlich, Enter. Auf der Rebelle hättest du ja reiten können. Der Sprite sieht... Oder... Dieser Charakter, dieser NPC war das, was wir gerade gesehen haben. Oh, sind es hier TMs, die gelben wieder? Wo komme ich denn gar nicht rein? Muss ich von unten gehen? Okay. Ja. Ich habe es genau gesehen. Toxipad. Und das ist aber 5, oder? Toxipad war Gen 5. Warte, Toxipad Gen 5. Toxipad war Gen 5. Oder? Ja. Oder? Ja. Uh, braucht keiner. Weggespült. Warte, komm. Dann kämpfe ich jetzt noch mit der Oma, die nicht aussieht wie eine Oma. Die sieht so jung aus, sondern es ist so eine kleine Verschrumpelung. Sollte das mit dem Lord L als OT stimmen, dann ist die logische Variante eindeutig, dass du Gen 1 bis 5 neu spielst und nicht nur Gen 6. Die logische Variante ist, dass ich dann Gen 1 bis 5 neu mache und mich dort Lord L nenne. Kannst du dir das nicht merken? Ja, Toxipad war gerade so, weil ich, also, mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn es jetzt hier drin wäre. Wobei, ich erinnere mich noch, in meinem Video habe ich ja gesagt, dass Venipad eins der seltsam ist und Gen 5 hat nur seltsame Pokémon. Äh, Egelsamen? Wer will Egelsamen lernen? Äh, Heikel, achso. Jetzt alle im Kanon. Ja, war Gen 5. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hat dich jede Gen seltsame Pokémon? Ja, aber Gen 5 hat besonders viele sehr krass aussehende Pokémon. Ich finde man sieht, wenn ein Pokémon Gen 5 ist. Wobei hier Gen 6 hat auch ein paar davon. Hier Tandrak könnte auch ein Gen 5 Mon sein, finde ich. Oder dieses komische Gesteinswasser Ding hier. Hier gibt es ja nur Schrott. Ey! Gibt kein Geschlecht oder? Es gibt Geschlechter bei Grammokles? Du bist ein Stück Stahl. Verdammt. Aber Grammokles ist nicht nur weiblich oder? Bei ein paar überrascht es mich immer wieder. Noccha zum Beispiel, immer männlich. Ne, Grammokles kann beides sein. Dann haben wir schon unseren ersten, aber ich habe... Den Kader, gut. Ich habe vorhin kein einziges kleines Datiri gefangen. Waren die nicht vorhin überall? Ich brauche noch Datiri. Mein Team sieht im Moment sehr seltsam aus. Entwickelt sich Mehickel oder ist es Pflanzenstein? Blattstein. Ich glaube, Mehickel ist sowas wie 34 oder so. Männlich, weiblich, egal. Männlich, weiblich. Verdammt. Okay, das können wir aber nehmen. Bist du Psycho? Ja, du bist Psycho. Überlebst du einen Ruckzuckhieb? Ich sag ja. Okay. Wie viele Geschlechtsunterschiede gibt es in dieser Gen? Ähm, Pyroleo. Ich glaube, das war's. Pyroleo und Psiargon. Ja, Pyroleo und Psiargon. Nur die gibt's. Und das ist ein weibliches Psiargon. Der Ruf von Psiargon erinnert dich an jemanden, der Schluckauf hat? Jo. Jo. Kein Starter? Nö. Kein Starter. Weibliche Unterschiede, das war das Ding von Gen 4. Da haben sie's übertrieben. Und in Gen 4 haben sie auch rückgängig Gen 3 viele krasse weibliche Versionen gemacht. Aber seit Gen 4 gab's nie wieder viele Geschlechterunterschiede. Sonst war es immer wieder der Pflanzenstarter. Nö. Es war Logok, Feuerstarter. Bisaflor, Pflanzenstarter. Ähm... Reganie Pflanzenstarter. Korrekt, stimmt. Aber das war's. Gen 1 gibt es doch auch Unterschiede. In Gen 1 gab's keine Geschlechter. Erst in Gen 2 gab's Geschlechter. Du musst in Generationen denken. Wenn du in Generationen denkst, dann hat Gen 1 keine Geschlechterunterschiede. Aber seit Gen 4 gibt es Geschlechterunterschiede. Und dann haben sie rückwirkend auch Gen 1 Pokémon. Ähm... Geschlechter gegeben. Aber... Wenn du sagst Gen 1, dann stimmt es nicht, weil Gen 1 hat keine Geschlechter. Das einzige Geschlecht in Gen 1 war Nidoran. Dafür hat's alle 3 Flemleys. Deswegen, es gibt genau genommen mehr Feuerstarter mit Geschlechterunterschieden. Wie Gen 4. Seit Gen 2 gibt's Geschlechter. Seit Gen 2 gibt's Geschlechter, aber erst seit Gen 4 gibt's Geschlechter... Also... Visuelle Unterschiede bei Geschlechtern. Machst du wieder einen Starter-Solo ran? Anscheinend nicht. Können sie Mirablers aufhören? Kann ich mal eine andere Attacke an erster Stelle haben? Kann das Mirabler sich bitte in Luft auflösen? Lockdift habe ich in Gen 2 tatsächlich oft benutzt, um wilde Pokémon anzulocken. Ich glaub, das war nicht mal sehr klug. Ich glaub, es dauert länger. Was ist denn Regenerieren? Hier steht Regenerieren, was? Okay. Kann ich aus dem Menü raus, kann ich das Pokémon heilen? Oh nein. Streber. Fotograf. Tourist. Tourist Sydney. Mit einem Wolbeat. Also hier haben sie es wieder komplett um den Haufen geworfen, dass hauptsächlich neue Pokémon erscheinen. Das ist hier ja mal... Hier kommen die ganze Zeit nur Gen 3-Mons. Lockdift setzt sich auch grad viel zu oft ein. Deo. Marco. Man muss den Dego benutzen. Aber ist okay. Manchmal muss man seinen Duft einfach verbreiten. Das wird's doof. Aber du hast ja herzlichen Glückwunsch zu deinem Bedisa. Äh. Ja. Be... Bediefers. Shiny Bediefers. In der Saf... Im großen Marsch. Im großen Moor. Groß Moor. Krass. Hast du dich darüber gefreut? Oder warst du... Oh man, das ist drin geblieben. Ich glaube, What Willste Machen hat auch ein Safari-Zone-Ding gekriegt. Du, genau. Aber deins ist nicht drin geblieben. Aber hast du nicht dafür ein Funpy gekriegt? Kann dieses Wallbeat mal drauf gehen eigentlich. Habe ich schon voll gefreut. Besonders, dass es drin war. Geil. Jetzt bist du angefixt. Jetzt nur noch Safari-Zone. Das war auch der doofste Encounter. Deswegen sage ich das. Ist es nicht ungefähr der häufigste Encounter, den es gibt da drin? Du hast 5 von 7 gefangen bisher. Krass. Die Macht der Liebe überwindet alles. Sydney. Bitte. Ramokles. Männlich. Bin froh, wenn ich was anderes machen darf. Marco, du weißt, dass du jederzeit was anderes machen darfst. Habt ihr mal die Professor-Rack-Streams gesehen? 8 und... Oder 26. 26. 26. 26 Streams. 26 Bilder. 26 Gamecubes gleichzeitig in der Safari-Zone. 26. Was ist da eigentlich die Chance? 1 zu 300. Oh, ein Glee-Bunkel. Tschüss. Oh, ist der Trainerkampf. Okay. Ich mach ja schon. 26, das spart Heizkosten. Das Setup sieht verrückt aus. 26 Gamecubes. Eine davon ist die Gamecube, die einen internen Bildschirm hat. So ein super krasses Sammelobjekt, sodass diese Gamecube nochmal extra abgefilmt werden muss. Da bin ich mit 10 ja noch ein Rookie. Ja. 26. Der Platz, ja, das ist... Könnt ihr euch anschauen. Das ist riesig. Einfach so. 26 Gamecubes voreinander. Ich mag's hier nicht. Ich bin hier am Verrecken. Und es kommt nix cooles. Bruh. Ich muss jetzt zu einem Pokémon Center. Ich will fliegen. Jetzt. Mihikel. Wenn ich den Weg gehe, kommen noch sicher 1000 Trainer auf mich zu gerannt. Aber kann ich nicht den Weg zurückgehen? Ja, 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 ja. Ramoklös. Alter, den Kader. Entspann dich. Ich habe ein Erdbeben. Ja, okay. In Kapo gab es sogar nur einen Geschlechterunterschied. Ja, äh, Fragrunz, ne? Nur Fragrunz, oder? Ja. Gen 8. Gen... Ah, Hilfe. Gibt ja kein Pokémon Center irgendwo in der Nähe. Möchte ich den ganzen Weg zurückgehen? So weit war es auch nicht. Gen 8 hat... Gen 8 hat... Gen 8 hat... sehr wohl unseren Magnus. Was war denn noch mal sein Magnus? Ach so, Gen 8, sein Magnus im Sinne von Legends Arceus. Ja, ja. Ja Gott, Schwerd und Schild gedacht. War es nur sehr wohl? Ich mein, Toxel... Ja, ist halt kein Geschlechtunterschied. Hat er Effekt. Und dann gab es halt so, naja, 63 kleine Pokusans. Oder große Torten. So, ich will jetzt sein Grammokles, aber zuerst kaufe ich noch mehr Pokémon. Das war's. So, ich will jetzt erst einmal Tatsun. Bis dann bis dann bis dann bis dann Bis dann Die zu Farmen in Schwert und Schild wird hart, die Pokoussants. Die Zuckerstücke könnten hart werden. Aber ich könnte es mir auch sau einfach machen. Zum einen habe ich auf meinem Schwert und Schild Speicherstand immer noch Zuckerstücke. Von damals, vom Event, also ich glaube ich habe sogar genug, um nochmal alle zu entwickeln. Zum anderen habe ich ja immer gesagt, ich entwickle in anderen Spielen. Also könnte ich super einfach 63 Pokoussants brüten oder fangen und dann einfach in Karmesin und Purpur die Zucker-Items sehr schnell grinden und entwickeln, fertig. Aber ja, das ist die einzige Challenge, wobei die andere Challenge in Gen 18 noch Gigas, die könnten auch interessant sein, weil die sind auch krass. Das ist ein riesiger Grind, die alle zu kriegen. Und da gibt es ja auch ein paar besondere... Oh, Quaffaffa! Leon, die Pokémon kombiniert gerade meinen Geldbeutel angegriffen. Du meinst, sie haben den zweiten Geldbeutel getroffen? Wisalina. Bisalina, sie haben jetzt auch den zweiten Geldbeutel getroffen. Pass auf. Er hat die zweite Geldbeutel. Wer ist Leon? Präsident Leon. Wir haben ihren Gamescom-Auftritt angekündigt mit dem Playlab und das heißt, ich werde zu viel Geld den Plüschchenen ausgeben. Ich habe heute mal nachgeguckt, ob es irgendwie möglich für mich ist, dieses Jahr auf die Gamescom zu kommen. Das ist schon wieder so schwierig, Mann. Ich bin eine Woche davor auf Summer Breeze. Wir haben heute einen Camper gemietet. Findet die Stadt immer in Köln. Wir haben heute schon einen Camper gemietet für Summer Breeze. Und heute Abend werden wir die Flüge buchen nach München und ich habe vorhin schon geguckt und die Flüge nach München sind abnormal teuer, weil irgendein Idiot entschieden hat, dass München jetzt eine Touristadt ist. Wahrscheinlich war es nicht nur ein Mensch, sondern ein paar mehrere, die das entschieden haben, aber die Preise, um nach München zu kommen, sind auf einmal einfach doppelt so hoch. Weswegen so ein Flug nach München einfach mal 300 Euro kostet. Deswegen weiß ich nicht, wie ich dann auch noch Köln machen soll und alles. Wie jedes Jahr halt. Das ist immer der Grund, dass es zeitlich immer nicht perfekt datummäßig und dann hin und her fliegen und einfach... Aber nervig. Aktuelles Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Ach, wirklich? Ich glaube, die ist aber im August nicht mehr, oder? Ist Stuttgart eine Alternative? Hä, warum? Wow. Du meinst, ich fahr zu dir? Oder was? Ob das billiger wäre? Weiß ich nicht. Lichtschild. Nein. Wobei. Egal. Nein. Ist genau das gleiche, wie die Hotels, die auch preis in die Höhe schießen, wenn Gamescom in der Zeit ist? Ja, das ist klar. Ich habe das Creator-Ticket-Formel-A noch nicht abgeschickt. Danke, danke. Aber die 30 Euro Tickets sind der einfache Teil. Ich will da schon hin. Ich will mal Leute kennenlernen. Leute treffen, die ich hier kenne und so. Aber es ist jedes Mal so ein, zeitlich gesehen, so ein dummer Abfuck. Extra deswegen sacken viel Geld auszugeben. Wenn es sich irgendwie zeitlich besser geben würde, wenn ich sowieso da bin, aber extra eine Woche länger da zu bleiben, um dann ein oder zwei Tage auf die Gamescom zu gehen, ist halt ein monetäres Desaster. Warno kommt dieses Jahr auch das erste Mal. Zum Beispiel. Schmett, bro. Was passiert da hier in diesem Spiel? Ich bin die ganze Zeit nur am Kämpfen. Wenigstens haben wir nicht elendige Dialoge, die nicht aufhören. Das war jetzt im Vergleich, so ein Gen 5 schon krass, wie einfach jeder Schritt erstmal eine halbe Stunde labern war. Und hier, hier ist jeder Schritt ein Kampf. So gehört sich das. Äh, Deckel, Deckel, Deckel. Wie fandest du die Naturzone in Schwert und Schild? Ich fand die schlagartig Wetterumschwünge eher störend. Grafisch gesehen waren sie ein bisschen störend, weil sie so extrem waren. Aber ich fand's cool, dass das Wetter quasi gesagt hat, welches Pokémon dort erscheint. Ein männliches, du gehörst mir. Ich mein, ich war in Gen 5 jetzt super traurig darüber, dass egal welche Jahreszeit es hat, es gibt immer die gleichen Pokémon. Und es war doch voll cool in Schwert und Schild, dass je nachdem, welche Uhrzeit, welcher Tag, welches Datum, wo du gerade bist, welches Wetter, ein anderes Pokémon dort auftaucht. Ist doch viel besser als... Aber dann wäre die Naturzone noch langweiliger gewesen, noch leerer gewesen, wenn alles die ganze Zeit gleich ausgesehen hätte. Wechselt das Wetter nicht alle 24 Stunden? Ja, aber jeder Bereich hat eigenes Wetter. Das heißt, wenn du durch die Naturschutzzone durchfährst und ständig halt, keine Ahnung, Melotixsee rüber zum anderen See, fährst du durch 5 Zonen durch, wo sich ständig das Wetter ändert. Ansonsten ändert sich das Wetter eigentlich nur alle 24 Stunden, ja. Aber halt, je nach Zone anders. War aber zu Komplitieren des Pokédex ein ziemlicher Grind? Ja, aber dieses Komplitieren vom Pokédex soll ein Grind sein. Ich fand das sehr cool. Wie wäre es denn besser gewesen? Alle Pokémon sind zu jeder Zeit überall die ganze Zeit. Dann wäre es ja noch einfacher gewesen. Irgendwie kommt... Achso, ich habe gerade einen Psyou gefangen. Ist das auch drin geblieben? Oder hat das Verwirrung? Nee, das muss drin geblieben sein. Psyou. Feenager. Ich mag nur männliche Psyous. Happy Pride Month. Exakt. Frauen können mich mal. Wir machen den Schniedeldex. Jetzt noch ein männliches Psyou. Drei männliche Grammokles. Bitte. 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 Klassik. Jep, jep, jep. Quatsch, jetzt wird es so eine Maschine. Dann trainiere ich den noch. Oh mein Gott. Also im Moment ist es ein Starter-Only-Run eigentlich. Vielleicht ziehen wir das auch durch. Nee. So, Grammokles. Bitte. Eins reicht mir erstmal. Ey, Männchen. Männchen. Überlebst du eine Aquawelle? Also ein Schlecker überlebt der Safe nicht. Oder? Aquawelle ist Wasser gegen Stahl. Ich schmeiß einfach. Ich trau mich nicht. Ist es in Kapo besser gelöst, dass du zum Beispiel Eis-Pokémon nur im Eisgebiet findest? Ich weiß gar nicht in der Naturschutzzone. Ja, da ist es nicht klar. Da ist es nach Wetter. Aber die Naturschutzzone ist halt nicht so riesig. Ein Kapo ist halt ein komplettes Open-World-Game. Da konnten die das machen. Die Naturschutzzone ist halt nur in der Mitte von der Karte. Da kann nicht alles drin sein. Weil die anderen Routen haben ja Eisgebiet und sowas. Aber das sind halt Routen. Die Naturschutzzone war halt nur so ein sommerliches Gebiet. Soll ich jetzt hier noch so lange hin und her, bis ich noch ein männliches Psyau finde? Registriert. Stahlgeist. 0,8 Meter. Ganz schön groß. Funfact. Am jeden ersten des Monats ist in allen Gebieten der Naturzone das gleiche Wetter. Ja. Männlich. Fuck. Funfact. In der offenen Rüstungsinsel am 15. und in der Schnee lande am 31. Ja. Mensch, ist das hilfreich zu wissen. Pears. Visor. Braucht's das? Muss ich gar nicht. Ja doch, so... Also, so stellst du ja auf deiner Switch, kannst du das Datum ja umstellen. Je nachdem, welches Wetter du gerne hättest. Und je nachdem, wo du bist, ist es der erste, 15. oder 31. Dann musst du halt nur den richtigen Monat einstellen für das Wetter. Willst du mir sagen, du wusstest es nicht und deswegen war es ein krasser Grind für dich, weil du tatsächlich gewartet hast, bis ein Pokémon endlich in der Naturschutzzone an der Stelle ist? Und du einfach, weil du nicht die Switch, das Datum verändern wolltest? Ja, was? Ja, dann... Warst du halt sehr legit unterwegs. Du wolltest halt nicht Zeit reisen. Aber normalerweise Zeit reist du halt und dann kannst du jedes Pokémon sofort... Du musst doch nicht mal das Spiel neu starten. Du kannst einfach das Wetter ändern in Echtzeit. Ich bin ein ehrlicher Spieler. Okay. Dann ist es natürlich ein Grind, ja. Mehikel, Sorgensamen anstatt... Was macht Sorgensamen? Nein! Ich reset doch nicht die Ausbrüche. Ah, das heißt, du gehst einen Ausbruch durch. Und wenn... Killst alle und wenn da keins drin war, dann gehst du weiter. Dann bist du aber sehr korrekt. Aber ja. So, das Nintendo-Pokémon ist sehr stolz auf dich. Die wollen, dass du das so machst. Die sind da... Die sind... Die lieben dich dafür. Ich trigger kein Durchdatum umstellen. Also quasi äußerliches Eingreifen aufs Spiel ist für dich schon zu viel. Ich denke mir halt bei dem Schritt... Also ich verstehe das, aber da denke ich mir noch, Pokémon oder Game Freak hätte das ja verhindern können. Weil in älteren Spielen, so Gen 4 und 5, haben die dafür gesorgt, dass man das nicht kann. Aber sie haben es extra nicht... Oder sie haben nichts dagegen getan, dass man das ausnutzen kann. Und deswegen ist es halt für mich okay. Weil sie hätten es ja ändern können. Sie hätten es ja... Aber sie haben es extra gelassen. Hier noch ein Grammoklas und ein männliches... Ja, und noch ein männliches Grammoklas. Das Einzige, was ich mache, ist, die Eventausbrüche länger laufen lassen, ohne online zu gehen. Ja, du veränderst ja nichts. Du gehst halt nur nicht online. Angel hat zum Beispiel nicht ausgehalten. Wie musst du dann das Wetter umstellen? Grammoklas? Männchen, please. Oh. Oh. Bringt er eine Aquabelle um? Oh. Wie auch der Wind über das Gras streicht. Voll die Details. Hast du das Flambierex? Ja. Habe ich am Samstag gemacht. Endlich. Endlich. Endlich, bitte. Yes. Wie viele fehlen eigentlich noch? Äh, vorhin hat jemand auf dem Discord gesagt, dass noch zwölf fehlen? Oh, warte, das klingt gerade zu viel. Ähm. Hier. Sechs fehlen noch. Lurky hat gesagt, sechs fehlen noch. Hallo, Dynamics. Okay. Okay. Ich sollte jetzt, ähm, nein, nicht Psyau, aber die drei sollte ich haben. Fehlt noch ein männliches Psyau. Ne, warte mal. Endliches Psyau habe ich gerade gekriegt. So. So. Was? Du hast auf dem Discord gesagt, dass noch sechs Starter fehlen in den Terra-Ausbrüchen. Ja, und jetzt kommt Gewaldro. Bis jetzt habe ich alle. Ich bin nur sauer, dass die ersten zwei habe ich im Premium-Ball gefangen und alle anderen im Luxus-Ball. Das nervt ein bisschen. Ich habe jetzt echt, okay, du bist eh weiblich. Wie machst du die beiden Tauschfeen? Äh, die Tauschfeen, achso, die Parfines und Sabayun. Wusste ich gar nicht, dass man die tauscht. Ähm, entweder ich tausche die hier mit meinen zwei Sisten. Ah, shit, ich kann XY nicht auf dem anderen DS reintun. Die tausche ich in Schwert und Schild. Die brauchen auch ein Item. Tauschen mit Item. Ja, das mache ich in Schwert und Schild mit jemandem netten von euch, der sich dafür bereit erklärt. Weil ich kaufe mir jetzt sicher nicht einen zweiten 3DS, um selber tauschen zu können. Wie zum Beispiel Happens. Wie musste ich im Duell-Turm ergrinden? Die Items? Ich glaube, in Schwert und Schild habe ich die Items. Es kann doch nicht sein, dass es die Entwicklungs-Items für die beiden nur im Duell-Turm gibt. Das kann nicht sein. Muss ich jetzt gucken? Ich gucke. Sabayon. Entwickelt sich mit Sahnehäubchen. Sahnehäubchen. Äh, ist in XY-Kampfhaus, Route 12, Reliviera, Pokémeilen-Club. Es gibt ein paar Orte anscheinend. Das ist einfacher als auf Route 12. Wie versteckt ist das auf Route 12? Oha, Kekleon ist hier. Ja, in Schwert und Schild sollte ich sie einfach finden können. Okay. Kein Bock. Mach's schon. Weiter. Oh, die sind gar nicht zum Kämpfen hier. Aether. Das ist jetzt hier auch nicht so ein Kampf-Debakel hintereinander. So wie in Gen 3 diese Dienstmädchen. 1.000 Euro Eintritt. Pissig. Tatsächlich, der nimmt es einfach weg. Ich habe noch nicht mal zugestimmt, glaube ich. Vielleicht schon. Das Spiel sieht so aufgemotzt auch ganz gut aus. Gäh. Das ist einfach nur hochskaliert. Das heißt einfach nur. Der Emulator macht es halt auf die Bildschirmgröße schön. Was wirklich um einiges besser aussieht. Ich wünschte, ich hätte das mit Schwarz-Weiß schon gemacht. Daran erinnere ich mich. Ist da nicht so ein Labyrinth hinten? Ja, und dann muss ich das doch so scheuchen. Tolles Minigame, Alter. Welches von den beiden Fänen kannst du nochmal in dem Spiel fangen? Das weiß ich nicht. Aber ja, die sind wahrscheinlich exklusiv. Affiness und... Also Paraphie und... Wer ist die Zuckerwatte? Will hochskalieren in Schwarz-Weiß wirklich so viel besser sein? Bei den ganzen Sprites? Das kann sein, dass... Also man wird sicher nicht so einen krassen Effekt wie hier haben. Weil hier ist ja wirklich alles 3D. Und das kann halt einfach modifiziert werden. Aber die Sprites bleiben ja einfach ein PNG. Das kann sein. Ich weiß es. Also irgendwie... Bestimmt wäre es irgendwie besser. Aber hier wird man es, glaube ich, mehr sehen, ja. Hier sieht man es mehr. Wo ist es? Soll ich mit jemandem reden? Ist das ein Sacrum? Ja. Ist ja wie das Porenter im Steineichenwald. Mhm. Nur... Schwerer. Nerviger. Wohin? 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 Äh. Äh. Ähter. TM. Erdbeben. Oh. Hier finde ich Zerschneider. Ist das nicht leicht wichtig? Kann sein, dass hier in dem Spiel ist auch wie ein Gen 5. Das Zerschneider einfach komplett optional ist. I don't like this here. Es ist ja mal... Okay. Sie ist jetzt wahrscheinlich... Da ist es. Ach Gott. Wie? Er ist gar nicht mehr da. Was ist da? Bleib hier. Okay. Nee. Halt hier. Nein. Du Sack. Nein. Muss ich sie in die Mitte stellen? Es kann sein, dass ich sie in die Mitte stellen muss. Ja. Okay. 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 Schon geerkennt was? Achso. Es geht nur entweder da oder da. Die kann gar nicht hier stehen. Kann sie hier stehen? Dann komm mit. Ich mach's kompliziert. gerade erst angefangen. Sorry. Ich mach's doch gerade perfekt. Okay. Idiot. Ey. Was war jetzt daran? Nicht perfekt. Tada. Aber VMs sind nicht totaler Müll. Ich bin einer der VM-Verteidiger. VM haben in das Spiel Rätsel reingebracht. Beziehungsweise, dass man zu gewissen Orten wieder geht, wenn man später etwas freigeschalten hat. Das hast du heute immer noch, wenn du mit Korridon irgendwie auf einmal fliegen kannst, kannst du zu Orten hin, die du halt davor nicht erreicht hast und so. Aber das ist halt... Hier war das um einiges taktischer oder halt so. Das waren halt Rätsel. Und diese Rätsel sind komplett weggefallen. Ich vermisse VMs. VMs waren gut. Sie waren richtig. Kraxler beste TM. VM. Auflockern? Auflockern war dumm. Sie verbrauchen keine Attacken-Slots. Irgendwas war hier. Irgendwas konnte man mit dem machen, gell? Ich will eigentlich nur hier raus. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen muss. Ich habe wieder nicht gelesen. Ja, mit Stärke die Steine schieben war cool. Rauf. Rauf. Zur Terrasse. Das Feuerwerk anschauen. Mit der Dame. Nennen sie bitte nie wieder Dame. Göre. Am helllichten Tag. Ich bin... Ich finde es, so wie sie es im BDSP gemacht haben, ist gut. Du musst die VM finden und freischalten. Aber du kannst sie aktivieren, egal was für Pokémon du dabei hast. Aber dass es gar keine mehr gibt oder dass du diese komischen Reitviecher hast in Usum, das finde ich doof. Halte mich. Wir schauen uns ein Feuerwerk an helllichtem Tag an. Es würde mich mal interessieren, wie das aussieht an helllichtem Tag, weil sicher nicht so. Würde man einfach nichts sehen. Ist das eigentlich Reich, Edel, Teil 2 hier? Underground Barbie. Du bist ein Tyrakrog. Gib mir die Flöde. Gib mir die Flöde, Mr. Reich Edel. Und hier kriegen die 25-Jährigen noch von Mutti die Wäsche gemacht. Ehrlich, in den Chat, wer kriegt noch die Wäsche gemacht? Sei es von Frau oder von Mutti. Herr Butler, weißt du vielleicht etwas über die Mega-Entwicklung? Beides. Ich wünschte. Ja, gell? Ich bin diejenige, die die Wäsche macht. Selbst wäscht der Mann. Exakt. Mit Spüli in der Badewanne. Einfach die Klamotten anbehalten in der Dusche. Ein bisschen Spüli mitnehmen. Easy. Es muss nicht so kompliziert sein. Hallo, Watermoon. Seit der Ausbildung mit 18 eine eigene Maschine gehabt. Ich hatte auch das Glück, dass ich niemals in diese Waschcenter gehen musste. Ich hatte Freunde, die mussten einmal die Woche zu so einem 24-Stunden-Ding da gehen. Und boah, stelle ich mir das nervig vor. Reingehen und dann entweder sitzt du da daneben und wartest drei Stunden oder du kommst wieder und dann hast du Angst, dass die Dinger einfach leer gemacht wurde, geklaut wurde oder was nicht alles. Musst du dich auch am Ostbahnhof in München. Widerlich, oder? Zum Glück blieb mir das komplett erspart. Machst du die Hausarbeit oder teilt ihr euch die? Wir kamen jetzt eigentlich von vor allem auf das Thema, weil Random Maya geschrieben hat, dass 25-Jährige noch die Wäsche gewaschen kriegen. Findet man im Waschcenter nicht die Liebe fürs Leben? Wenn, dann okay. Dann hast du wenigstens was in return. Wäsche, Münzen kaufen, das muss aber heute besser gehen, oder? Dass du einfach dein Handy hinhältst, oder? Ich glaube, es ist sogar sehr lukrativ, so einen Waschsalon zu führen. Dann hast du da irgendwie so eine geile Mechanik, dass du nicht klauen kannst. Zum Beispiel wäre mega geil, wenn du zahlst mit deinem Handy, oder halt einfach online. Und auf jede Maschine ist eine Kamera gerichtet. Und die Maschine, bei der du bist, die Kamera kannst du anzapfen und kannst dann zugucken, wie es gewaschen wird, wann sie fertig ist. Oder irgendwie kriegst du halt online Bescheid, oder auf dem Handy Bescheid, wann die Maschine fertig ist. Also jeglichen Scam und jegliche nervige Sache einfach verhindern. Bei uns im Waschsalon wird immer Nightwash gedreht. Was ist Nightwash? Hier wünsche ich dir dein Pokémon, dass die Wäsche macht. Rotom! Mein Nachbar ist 51 und lässt sich immer noch die Wäsche von seiner Mutter machen, weil der keine Maschine hat. Ich meine, solange er da hinfährt und sie macht, ist ja nice. Aber gibt er die Wäsche einfach seiner Mutter und dann kommt sie irgendwann mit perfekter Wäsche zurück. Comedy im Waschsalon? Okay. Die Jeans-Werbung im Waschsalon, beste. Ich habe übrigens noch kein einziges Mal gespeichert, fällt mir gerade auf. Da war ein bisschen Angst jetzt auf einmal. Teilt ihr euch die Hausarbeit auf? Äh, ich mache die meiste Hausarbeit. Einfach, weil Rosa tatsächlich arbeitet und mein Job ist, Computerspiele zu spielen. Moment, genieß dieses Relaxo. Relaxo hat seine Augen weit aufgerissen. Das ist eine Lüge. Das ist doch eine Lüge. So gut es eben geht. Also, okay. Pokémon, funny, ey. Keine richtige Joke-Stars, der Game Freak. Äh, soll ich das versuchen zu fangen? Wenn es eine Aqua-Welle überlebt, fange ich es. Respekt. Ja, der Sprite von Relaxo steht immer weiter auf. Und dann in sieben rennt es auf dich zu, mit der krankesten Geschwindigkeit. Oh mein Gott. Puh. Wenn es jetzt abgestürzt wäre, ich hätte null gespeichert. Aber da seht ihr, der Shader, dass eine Beere eingesetzt wird, kam noch nie vorher vor. Deswegen hat das Spiel kurz einen Aufstand gemacht. Aber wir können es im Premierball fahren. Ich bin der Sprite raus. Ich bin der Sprite. Ich bin der Sprite. Ich bin der Sprite. Ich wurde nicht alles mit. Kann ich wenigstens nur den paralysierenden Teil schlecken? Auf jeden Fall ähm ich mach die meiste Hausarbeit, also wenn natürlich was gemacht werden kann und Rosa macht's grad, dann macht's es halt, wie zum Beispiel gestern Abend hat sie gekocht und anstatt dann zu sagen, räum die Spülmaschine aus hat sie die Spülmaschine selber ausgeräumt aber ich hab gesagt dass ich das meiste mache weil sie tatsächlich mehr Arbeit in ihrem Leben hat als ich einen tatsächlichen Job und sowas und ich hab ja auch die Freiheit untertags einfach aufzustehen und irgendwas zu machen deswegen das erste was ich meistens mache ich stehe in der Früh auf und dann räume ich erstmal die Küche auf vom Vorabend putze die Küche grob sodass sie halt nicht mehr dreckig aussieht dann mache ich eine Waschmaschine dann hänge ich die Wäsche auf und manchmal am Wochenende wenn sie keinen Bock hat dann mache ich halt den kompletten also dann also manchmal ist es aufgeteilt dass ich bin auf jeden Fall zu 100% der der den Müll rausträgt und der der Staub saugt und Staub wischt und sie macht Bad und Küche also richtig reinigen mäßig aber manchmal mache ich auch einfach alles auch schön mit Kalkon nein hier gibt es kein Kalk Kalk ist eine Erfindung vom Staat gab es wegen deinem Job schon mal ernsthafte Diskussionen nein über was ich bin Heavy Metal Shaolin Ritter Detektiv was in der Früh hallo ich bin heute um 10 aufgestanden das ist die Früh ohne Musik könnte ich mich niemals zum Putzen motivieren kannst ja Musik machen ist ja nicht so schwer Musik zu hören bin gespannt ob du in Legends Arcus auch alle Alpha Pokémon fängst du brauchst nicht gespannt sein ich kann dir das beantworten nein warum oh das einzige was ich mit dieser Pokéflöte machen kann ist sie zur Schau zu stellen du spielst ja schon auf ihr seit du klein warst du entlockst ihr wahrlich einen lieblichen Klang ich meine ich könnte in Legends Arcus da es die sehr wenige es sind sehr wenige Pokémon die Legends Arcus hinzugefügt hat deswegen die könnte ich schon als Alpha fangen wenn das geht sollte äh Genie geht nicht die anderen gehen glaube ich was hältst du von Powerwolf beim Putzen das sagst du nur bestimmt weil du weißt dass ich Powerwolf abgrundtief hasse ansonsten fände ich es super random lustig dass du jetzt aus dem nichts einfach Powerwolf erwähnst Powerwolf ist mir zu hart Powerwolf ist mir einfach zu hart ja ich pump beim Haushalt den AOT Soundtrack abwaschen was noch nie so abwaschen war noch nie so epic rumbling läufst du durchs Geschirr durch alles geht kaputt rumbling was ist Powerwolf nichts Schrott ich höre eher Slayer Slayer mag ich auch nicht das ist Slayer kannst gerne bis zu zwei Pokémon bei uns in Pflege geben ja 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 das braucht man nicht alles gut vielleicht benutzen wir es bei den Fossilien ja da benutzen wir es schon außer ich kriege beide aber ich kriege nicht beide ich kenne nur Airwolf gibt es überhaupt Powerwolf Fans also die die ich da auf den Festivals immer gesehen habe die schienen sehr echt zu sein kann aber auch sein dass wenn du mit denen regnest auf einmal einem auffällt dass es alles noch Hüllen ihrer selbst sind ich speichere gleich du hast so recht männlich männlich wie kann ich wie schnell ist dieser PC abgestürzt wie kann ich Pokémon verschieben welcher Knopf Rammokless auf welcher bessere Stats sanft kauzig daran sehe ich leider jetzt nicht so genau Angriff ich glaube ich glaube das hier welches Level hatte dieses Relaxo 15 bloß erinnert ihr euch noch an Gen 1 Level 30 Relaxo das waren Zeiten oh Leufeo ist einfach schon Level 21 Hallo Herr Chuck Morris was hörst du dann so hauptsächlich Death Metal Death Core und Progressive Metal kein Schlager Metal wie Slayer was ist denn hier was machst du denn du Miesel okay tschüss hier ist diese fette Wiese du willst du bist doch so ein genau Künstlerin kennst du Skelett vom Namen her ja da ist ein verbiegeln was rennt hier so rum eigentlich Gott ich mag diese Rollersplay hier so rollenden Skates ich weiß noch nicht so ich habe zurück gerannt so das war der da so oder wir kämpfen muss ich Elomys Mensch sollten die nicht voll Nacht aktiv sein aber hier gibt es keinen Zeitunterschied also ich glaube es wird dunkel oder was war vorhin das mit der Nacht irgendwas achso nur in der Nacht entwickelt sich Amagarga Lemschuss kann ich nicht das schon Lemschelle Lemschuss Lemschuss 55 spricht man das eh am Ende nicht aus Elomys anscheinend nicht Elomys 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 wie Morbites und nicht Morbitesse äh was willst du 130 und 51 das ist wie das N bei Leon genau Elomys 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 es könnte auch Elomys Elomys heißen oh Garadri Digdos Garadri würde ich sagen Garadri Trike Dos Pupanze Pupanze schon Elomys hat kein Akzent hinten drauf deswegen ist es glaube ich Elomys simpler als gedacht einfach drei Sprites hintereinander ja Pupanze sollte definitiv Pupans ausgesprochen werden aber der Anime sagt Pupanze Pupanze Tschüss Maya ich brauche mal Surfer ich will jetzt sofort Surfer oder Peppens Puppens Puppens nee nicht Puppens das kommt von Balance Puppans nach der vierten Arena was mit Bennett 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 kommt von Bane und Marionette du sagst ja auch nicht es ist halt du kannst Marionette sagen Marionette Marionette aber äh zum Beispiel auf Poké Wiki steht dass Banette äh Bennett aus dem Englischen kommt wegen Bane und Marionette Marionette deswegen ist es Bennett wenn du aber sagst du möchtest Bane und Marionette sagen dann ist es Banette oder Benette es gibt der erste Teil ist halt Englisch deswegen würde ich den zweiten Teil auch Englisch aussprechen Verfolgung Schwerthans sollten wir behalten Marionette Peppens wird oft auf Englisch gesagt ja ist aber falsch ich sage ja nur was ich sagen würde und das Pokémon kommt eindeutig von dem Wort Balance Balance wird nicht Balance ausgesprochen und im Englischen auch nicht Balance Moment 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 Peppens Balance aber da muss es Puppens wegen Puppet Puppens Puppens ja genau wie du schreibst Puppens echt im Englischen Puppens okay im Englischen macht Peppens Puppens Sinn aber es klingt doof oder du hast extra aber es klingt doof ich dachte im Englischen sagt man auch Balance aber die sagen ja Balance okay aber im Deutschen sagen wir Balance und nicht Balance deswegen ist es Puppens keine Widerrede Kampfschloss äh hier will ich nicht sein ich will hier nicht sein lass mich raus Polizei Erwachsene bedrängen ein Kind lass mich raus ich bin Baron Hallo Virox hat schon das Feuerwerk gesehen ja wie heißt bei dir Macho Mai Macho Mai ich bin inzwischen komplett umgestiegen auf Macho Mai Macho und Macholo ich war früher ein Verteidiger von Macho Mai und Macholo aber die Namensherkunft ist eindeutig und nicht diskutierbar deswegen ich hab mich gewöhnt an Macho Mai ich sag inzwischen sogar wegen dem Video also ich mach halt die Videos und dann sehe ich halt diesen Ausschnitt so oft dass es in meinem Kopf einfach verankert ist wie Botogel deswegen sag ich zu Botogel Botogel oder zu Pupanze 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 oder zu oder Chimpep Chimpep so geiler Ausschnitt Chimpep Chimpep ähm und ich sag auch eben Sander Meer obwohl ich Sander Meer schrecklich finde den Namen das kann mich mal Sander Meer so ein Quatsch ey aber ich krieg's nicht aus dem Kopf raus ich sag jetzt immer Sander Meer aber Sandama klingt so viel besser Epikulente Gen 5 Hundemon ich sag nicht Hundemon Verox wir können uns seit 1000 Jahren drüber streiten du wirst immer nicht recht haben ganz einfach das werde ich bis in mein Grab verteidigen und es ist sowas von 100% richtig PokéWiki sagt es der Anime sagt es alle sagen es die reine Logik sagt es dass es Hundemon heißt und nicht Hundemon es ist nur die Betonung ich sag nicht dass du äh sagen sollst du sollst nicht äh sagen es ist kein Dämon Hundämon es ist Hundemon es kommt auf die Betonung drauf an nicht Hundemon sondern Hundemon Mann ich hasse jeden wirklich ich meine es jetzt vollkommen ernst ihr denkt immer ich meine es nicht ernst ich hasse jeden der denkt es heißt Hundemon wie dumm kann man sein denken dass es Hundemon heißt wie komplett gehirn amputiert musst du sein um nicht zu verstehen dass es von Dämon kommt und deswegen Hundämon heißt ich meine es komplett ernst was soll kämpfen Digimon wäre das ja oder meinetwegen bei Fleckmon oder Seemon oder es ist ein phlegmatisches Monster und ein Seemonster es ist kein Hund Monster es ist ein Dämon Idioten Idiots Cheese solche Nachrichten sind der Grund warum Leo kein festes Streamplan mehr machen will genau wir können uns über Arceus streiten oder über Suicune und Graudon aber das einzige wo ich mich niemals auch nur ansatzweise bereden lasse ist Hundämon Mami wir sind Idioten ja wenn deine Mami die nicht richtig erziehen konnte Deutsch zu verstehen und wie Monster funktionieren äh Schleuder oh warum habe ich ein Daterie ich will dieses Daterie haben oh du Lernst Schleuder und Licht Schleuder oh dann schleudere ich doch mein Item ich will auch mein Item nicht schleudern das ist so eine dumme Attacke ich schleudere doch nicht mein Item nein ich wusste gar nicht was Pokémon ist Pokémon ich sorgne dafür dass Leos Pools einfach mal auf Touren kommt weil er so wenig Sport macht hast du mich gerade fett genannt außer woher willst du wissen dass ich wenig Sport mache hallo 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 ich habe niemandem erzählt dass ich seit drei Wochen nicht mehr im Fitnessstudio war und es lag nur daran dass ich zwei Wochen im Urlaub war viel zu viel gefressen habe und jetzt eine Woche lang keinen Bock hatte und heute Crossfire hallo 9000 plus Encounter für Regidrago das brauche ich auch noch irgendwann viel Erfolg Arceus Arceus bitte Arceus Houndoom erklärt eigentlich alles Dankeschön das heißt im Englischen sogar Houndoom und nicht Houndemoon Hundemons are a girl's best friend jetzt habe ich Hundemon gesagt wegen dir Mann um wieder zu Powerwolf zu kommen Houndmon Psystrahl wer will Psystrahl lernen Siau Ok Was passiert eigentlich in diesem Spiel Ich laufe einfach nur die ganze Zeit rum und alle Menschen wollen gegen mich kämpfen Verbeggel Ich habe immer Verbeggel gesagt es klingt cooler Verbeggel es klingt so dumm so wie es aussieht Verbeggel aber es ist ein Beagle ist ok Verbeagle ich hasse den Abschnitt mit dem Anwesen so sehr der killte hart den Flow er hat so viele Trainer Fabi Agel Fabi Agel Farbe Agel natürlich Farb Igel habe ich früher Farb Igel gesagt ne ich habe immer Verbeggel gesagt Verbeggel Äh Agwaville In X und Y sterben mir eindeutig zu wenig Leute ja ne Wo ist Professorin Antiqua wenn man sie mal braucht Farb Igel Ich meine es kommt von Farbe und Beagle es heißt Farb Igel Ähm wenn du es anders betonst ist es Farb Igel es ist halt kein Igel es ist ein Beagle der Mütze sagst du bei Aerodactyl Aerodactyl von aerodynamisch du kannst auch Aerodactyl sagen das ist dann echt so Geschmack finde ich ob du Aero sagst oder Aero das lustige ist ich hatte das damals für das Video halt immer alles hier und da gecheckt und so und wenn du aerodynamisch eingibst lässt es dir vorlesen dann sagt sie aerodynamisch sie sagt nicht aerodynamisch also google zumindest aerodynamisch und wenn ich E schreibe aerodynamisch wird halt glaube ich nicht mit E geschrieben nee aerodynamisch wird nicht mit E geschrieben sondern mit A E und deswegen heißt es aerodynamisch deswegen heißt es aerodactyl und da gibt es eigentlich auch keine Diskussion Leute die nicht baut sondern baut schreiben sie mir suspekt das sind wie die Leute die inkognito schreiben mit N es heißt incognito und nicht inkognito that's the joke ich glaube generell ist E bei Aero falsch ja eben deswegen heißt es auch Archeopteryx 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 heißt es da Archeopteryx nee es heißt ja nicht Archeopteryx wieder vergessen wie es heißt Flapteryx wird zu Archeopteryx deswegen heißt es auch Äther und nicht Aether ganz genau Wheelie ich habe immer Wheelie gesagt und als wir dann hier es gefangen haben in Gen 3 hat jemand auf einmal gesagt du weißt schon dass es Wheelie heißt weil es kommt von der Lilie und seitdem sage ich Wheelie und das davor Wheelie 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 wo kommt das W Wasser ich meine genau Lilieb ich habe immer Lilieb gesagt außer es Lilieb willst du nichts? nicht kämpfen ich weiß ich weiß woher das B kommt bei Wheelie aber Wheelie klingt logischer als Wheelie Wheelieb ich kenne ich kenne jemand der sagt zu Evil Teil Ill Teil hat ein paar Buchstaben verschluckt Wheelie Wheelieb aber auch süß Liliab Wheelieb Wheelieb da war doch noch sowas ähm Oh ja Megane ich habe immer Megane gesagt bis ich gecheckt habe das Kampf von Gane Megani Ich dachte es kommt von Oranie Ich dachte von Geranie Mahagonie Ne von Geranie Aber Hauptsache Blume mit IE Oh ein Iskalar Das ist doch sogar Gen 6 Männliches Iskalar Die Das überlebt eine Aquawelle Ich vertraue auf Iskalar Coolst Volltreffer Coolste Entwicklung die es gibt Coolste Entwicklungsmethode ever Oder es gibt nichts Was so cool ist wie die Entwicklungsmethode von Iskalar Keine Widerrede Wo bin ich? Hilfe Ah Wie kommen Was Die Entwicklung davon ist auch stark mit Fähigkeit Umkehr Wett Das hat mit der Fähigkeit nichts zu tun Oder was meinst du? Von Iskalar Das braucht keine Fähigkeit Es hat die Fähigkeit Umkehr Das kann sein Keine Ahnung Okay es stimmt immer Okay 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 Wie drehst du den Emulator um? Die Frage Das machen wir einfach nicht Das machen wir dann auf dem DS Zengo Zengo Ich will jetzt noch in die nächste Stadt Weil ich muss jetzt langsam kochen Die Entwicklung hätte zu Gen 1 Zeiten niemals funktioniert So ohne Entwicklung und Geiz Ja Wobei es gab schon damals so krasse Sachen Wie zum Beispiel Regis Die Blindenschrift bei Regis Wie haben wir das gewusst? Ein kleiner Hint in der Spielanleitung Und ganz viele Hints im Spielverlauf selber Das hätten sie schon auch machen können Gelesen Genau Geht schon Du musst halt dann Akribischer Deswegen Beste Gen Korrekt Du musst halt akribischer Dann das Spiel dann lesen Du musst halt mit jedem NPC reden Und irgendein NPC wird dir schon sagen Hey wusstest du Dass Escalar sich entwickelt Wenn man sich auf den Kopf stellt? Irgendwie sowas Okay ich gehe jetzt mal zurück In die nächste Stadt Habe ich inzwischen gespeichert? Nein oder? Doch glaube ich habe gespeichert Ja Wie lange spiele ich? 4 Stunden Okay Wo ist die nächste Route? Ich muss kochen Heute gibt es Brokkoli Karottenreis Ich glaube ich war richtig Endlich catch dich mal live Hey Phunix Das Hey habe ich noch nicht mal gelesen Das habe ich gesagt Hi Ich bin aber gleich wieder weg Was heißt wieder? Ich bin seit 4 Stunden hier Was ist hier die Route? Klingt lecker Es war sogar echt ganz lecker Letztes Mal hatte ich es nur verkackt Und diesmal mache ich es richtig Letztes Mal habe ich den Reis Davor gemacht Und dann da mitgemacht Und dann war er zu soggy Zu weich Zu nass Diesmal wird er Genau richtig 4 Senke und 1 Vipides Ist schon lustig Eigentlich sollte da so ein Krieg stattfinden Vor mir Und die sollten mich in Ruhe lassen Du bist immer live Wenn ich noch in der Arbeit bin Sorry Du bist am Arbeiten Wenn ich arbeite Sehen wir es so Wir arbeiten gleichzeitig Verdammt Aber weißt du wie das die Coolen machen? Die schauen einfach Während sie arbeiten Die harten Die harten Kerle und Kerlinnen Girls Und Boys Wo ist die nächste Route? Wo ist zurück? Wo ist ein Zuhause? Ciao Maure Dieven Hoa Linfu Gym 5 Das kannst du leider nicht Ja ich auch nicht Coolen machen Bürgi Gell Nein Hockt auch dem Hockt auch meinen Steuern Nicht so auf der Tasche Mensch Ich zahle nicht Steuern Um Heppens seine Booster Sets zu finanzieren Feuerzahn Wer will Feuerzahn Leufeo? Besser ist es Ist dir auch schon aufgefallen Dass ein riesiger Gart zwischen 1 und 2 Arena ist? Ein riesiges Nichts einfach Ja Aber du lernst auch sehr viel Steuern in Irland Ja Dann halt Ich zahle auch Steuern in Deutschland Moment Ich sage jetzt nicht Das ist immer noch Was? Also Ich will doch nur Ich meine ich kann doch hier einfach Speichern und aufhören So Blattstein Warte mal Ich bin mir sehr sicher Dass es nicht der Blattstein war Oder? Das geht nicht Das Hä? Wie soll ich denn Auf die Ebene kommen Wenn da Was? Aber Das macht keinen Sinn Also kann ich da Aber was soll mir das Doch ich muss so da hinkommen Aber wenn da kein Was? Oh der lässt mich doch hier nicht springen Ach hier Oh mein Gott Ich hab den Zipfel nicht gesehen Das ist Rätsel bis jetzt Ey wir sind da Ist das nicht sogar die Stadt Wo man Fossilien Wiederherstellen kann Ich hab den Schädel nicht gesehen That's what she said Don't you dare Don't you dare Hier bekommst du ein Fossil Flossens Amarino Amagarga Ich muss jetzt aber echt aufhören 15 Uhr Kommt das Garados Level 1 Video auf YouTube Bitte Teilt es mit allen Schaut es euch 10 mal an Und Teilt es danach mit allen Die es auch 10 mal anschauen Und dann bin ich glücklich Denn nur Zahlen machen mich glücklich Die Bibliots sind Deutsch Ja weil du das Spiel auf Deutsch gestellt hast Oder? Vor dem Center bekommst du Zertrümmerer Warte das hole ich mir jetzt noch Weil sonst vergesse ich das Hier ist niemand Lüge Ah Danke Morgen geht's weiter Ich glaube schon Morgen wieder so Nachmittags Geht's weiter Ähm Ich muss aber auch Deoxys jetzt kriegen Weil das nächste Video Sollte eigentlich sein Wie ich 4 Shiny Deoxys gefangen habe Aber ich Es kommt kein Deoxys Aber ja Wir haben Gen 6 offiziell gestartet Und ich mag das Spiel Aber ich glaube Gen 6 ist so ein Es ist nicht schlecht Aber es ist auch nicht Das Beste Es ist kein 7 und 8 Aber es ist auch kein 3 und 4 natürlich Es ist so dazwischen Es ist so Passt Passt Bis jetzt Vielleicht kommen noch coole Sachen Die Die mich Komplett Flach legen Jetzt wird Schießet Nein Äh Kommen Sie das Schlimmste auch wieder auf YouTube Ja Sobald der Stream vorbei ist Äh Bearbeite ich das Video Und lade es hoch Das heißt meistens so Um spätestens Mitternacht Ist es dann auf YouTube Weil es in der 4 Stunden Und es hochgeladen ist Aber ja Jeder Stream Ist immer auf Leos Archiv Nachzuschauen Nachschaubar Und damit sage ich Tschüss Vielen Dank fürs Zuschauen Vielen Dank fürs Gesellschaft leisten Und ich glaube wir sind relativ schnell durch damit Das sind nicht so viele Das sind nicht so viele Nur hier dann Oh mein Gott Aber die da sind nicht so viel Tschüss 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 Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Ich meinte live wie bei Gen 5 Nein 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 YouTube ist kacke zum Streamen Mir hat das nicht gefallen Wenn die Leute mich live sehen wollen Sollen sie auf Twitch kommen Gut wie 8 ist es nicht Das stimmt Das stimmt auch Tschüss Tschüss Tschüss